Alle diese Manuskripte erzählen genau die gleiche Botschaft, wie die heutige Bibel erzählt. Deswegen, wenn du sagst, es gibt irgendeine Bibel, die etwas anderes erzählt, also davon habe ich nie gehört. Also ich komme auch aus dem Mittelosten. Und ich habe da schon das, also ich komme aus dem gläubigen Dorf. Und da wird mir auch öfters erzählt, dass die Bibel umgewandert wird immer. Also die entstand ja durch Israel nach Europa gelangt ist und erst mal durch das Byzantische Reich und so. Und wir zeigen da Bibeln, die in der heutigen Zeit nicht Dings existieren, die Schriften, wie auch immer. Guck mal, ich rede jetzt wieder vom Neuen Testament, okay? Wir haben zwei verschiedene Textflüsse, Haupttextflüsse. Wenn du jetzt schon vom Byzantinischen Reich sprichst, also wir haben Manuskripte aus diesem Gebiet. Dann haben wir aber auch Manuskripte aus dem alexandrinischen Gebiet, okay? Also das ist ja, ich glaube, in der Nähe von Ägypten und so weiter und so fort. Und jeder dieser Manuskript, also jeder dieser Manuskriptfluss, ja, erzählt genau das Gleiche, was die Bibel heute erzählt. Also es gibt keine einzige Manuskript, die gefunden wurde, die nicht erzählt, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder dass er gekreuzigt wurde, dass er wieder auferstanden ist. Im Alten Testament stand da aber das. Deswegen habe ich ja die ganze Zeit gesagt, dass ich vom Neuen Testament spreche. Ja, ich rede vom Neuen Testament, aber wenn du über das Alte Testament reden möchtest, können wir auch machen. Was ist denn da? Ich habe noch eine Frage. Ja, okay, ich möchte aber deine erste Frage beantworten, danach gehörst du dir gerne diese Frage stellen. Also vor allem im Alten Testament haben wir auch da Manuskripte gefunden, ne, im Totenmeer. Man nennt die Kumran-Rollen. Und auch die, auch die erzählen genau die gleiche Geschichte wie die heutige Bibel. Und die ist, ich glaube, die wird bis zu 200 Jahren vor Christus datiert. Das heißt, du siehst daran auch, dass die heutige Bibel sehr, sehr authentisch ist. Was ist deine nächste Frage? Warum gibt es jetzt ein neues Testament? Im Moment hat man nicht eine Bibel einfach und die nicht umschreiben oder so, weil ich höre das. Ja, diese Frage müsstest du eigentlich Allah fragen, weil Allah hat ja selber bestätigt, dass es zuerst einen alten Testament gab und dass es dann einen neuen Testament gab und dass es jetzt sogar einen dritten Testament gab für euch, nämlich der Koran, oder? Nicht der dritte, also eigentlich schon, also am Anfang wurde ja die buddhistische Zeit, also am Anfang war das buddhistische, aber die haben es immer umgeschrieben, deswegen geschrieben, deswegen geschrieben, deswegen letztes Buch geben wird. Okay, guck mal, ich merke anhand von deinen Argumentationen, dass du nicht tief und fest in der Materie bist. Ja, deswegen will ich nicht mit dir debattieren oder argumentieren, aber ich möchte dir trotzdem die Wahrheit sagen. Also alles, was du gesagt hast, ist leider falsch, okay, und die Wahrheit ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er wurde ein Mensch, ja, und hat Gottes Gesetze erfüllt. Er ist am Kreuz gestorben für dich. Er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Das heißt, wenn du an ihn glaubst und umkehrst, dann bekommst du Vergebung, dann wirst du gerettet, dann hast du ewiges Leben. Alles, was du machen musst, ist zu sagen, Herr Jesus, ich nehme dich als meine Erlöser an. Aber wenn du nicht daran glaubst, dann wirst du leider für immer von Gott verdammt werden. Ich habe ja Fragen und ich möchte ja auch nicht kommentiert werden, weil ich bin auch verwirrt wie der Letzte. Und im Alten Testament steht, dass aber Jesus hochgefahren ist zum Himmel und auf den jüngsten Gericht wartet. Warte mal kurz. Nee, Jesus ist im Himmel, das stimmt. Und nicht nur das, er regiert, er sitzt auf dem Thron Gottes. Ja, er regiert über dich und über mich. Und noch mal was? Jesus ist Gott und regiert gerade die gesamte Welt. Und er wird später wiederkommen, wie du gesagt hast, und er wird die ganze Welt richten. Warum wird er die ganze Welt richten? Weil er alles weiß und weil er ein gerechter Richter ist. Er ist Gott und deswegen kann er auch richten. Und wenn er dich richtet und er richtet dich basierend auf deine Taten, dann gehst du direkt in die Hölle. Aber wenn du ihn als deinen Erlöser hast, dann bist du gerettet. Dann wird er dich nicht richten. Warum? Weil er schon für dich gestorben ist. Du bist mit ihm vereint in seinem Tod gewesen und du bist auch mit ihm vereint in seinem Auferstehen gewesen. Aber wenn du ihn ablehnst, dann wirst du leider von ihm gerechtet werden und du wirst für immer und ewig verdammt werden in die Hölle. Hallo? Okay, jetzt ist er weg. So. Hallo? Hallo? Ich hoffe, du bist 18. Hallo, nenn mir einen richtigen Vers, wo in der Bibel steht, dass Jesus Gott ist. Okay, warte mal, ich mach das gleich, aber bist du 18? Ja, bin ich. Okay, das steht im Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 6. Kannst du mir das vorlesen? Ja. Wenn ich dir das vorlese, glaubst du dann dran? Nein. Das heißt, du möchtest es einfach nur vorgelesen? Nein, ich will nur wissen. Ich will nur wissen. Okay, okay, dann zeige ich dir, okay? Ja. Einfach damit du es mal gesehen hast, okay? Ja. So. Ich mach jetzt extra für dich an. So. Ich blende das jetzt ein für dich extra, weil ich dich mag, ja? Und ich hoffe, dass du nach der Wahrheit suchst, ja? Weil ich mach das nur für Leute, die nach der Wahrheit suchen. Also guck, hier steht es, ja? Guck mal, hier steht Philippa 2, ne? Das ist Philippa Kapitel 2, ne? Und da steht nämlich hier im Vers 5 bis 6 folgendes. Hier steht, habt. Bist du noch da? Wasser ist weg? Oh Mann, das ist nicht der Ernst. Guck mal. Er ist weg. Oh Mann, 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 Mann. Oh Mann, okay. Ey, dazu muss ich was sagen. Dazu muss ich was sagen. Guck mal. Leute, das gerade war ein perfektes Beispiel, ne? Das war ein perfektes Beispiel. Also, er kam hier rein, ne? Und hat ein Argument gebracht, was er wahrscheinlich vom Pier Vogel gehört hat. Ich werde gleich zeigen, keine Sorge. Also er hat gesagt, zeig mir mal in der Bibel, wo Jesus sagt, oder wo steht, dass Jesus Gott ist, ne? Weil er das ja wahrscheinlich von irgendeinem YouTube-Video gesehen hat. Und dann frage ich ihn, okay, wenn ich dir das zeige, glaubst du dann dran? Er sagt nein. Das heißt, er wollte eh nicht die Wahrheit erfahren, okay? Und jetzt bin ich gerade dabei, ihm das zu zeigen, was macht er. Er geht einfach raus. Das heißt, es hat ihn gar nicht interessiert. Er wollte einfach nur kommen, um mich scheinbar widerliegen, ne? Und er hat aber nicht damit gerechnet, dass es wirklich in der Bibel steht, dass Jesus Gott ist. Und weil er das nicht sehen will, ist er einfach rausgegangen. Und das ist die Einstellung der meisten Muslimen, nicht an alle, nicht alle Muslime. Weil ich hatte auch heute einen Muslim, der wollte wirklich die Wahrheit wissen. Aber die meisten Muslime sind leider so. Die wollen nicht die Wahrheit wissen. Die wollen einfach nur diskutieren. Und wenn du ihnen zeigst, ne? Dann wollen die, sie wollen das gar nicht sehen. Okay? Die wollen das auch gar nicht wissen. Und das ist das Problem. Ihr habt es gerade alle gesehen. Hier wart Zeugen. Und das ist sehr, sehr schade. So. Hallo, K, was? Hallo, mein Internet war nicht so gut. Und irgendwie war ich auch auch stumm. Wer bist du? Bist du der, der gerade drin war? Davor. Ach so, okay. Und warte, wenn jetzt Jesus Gott ist jetzt, heißt er dann mit zweiten Namen? Also dann sagt man ja, er ist ja Gott. Ja? Heißt es denn, dass er Allah heißt? Weil er hat ja Amerisch gesprochen, Ost-Armerisch. Und da heißt Gott Allah. Also hieß er doch Allah oder nicht? Nee, nee. Also abgesehen davon, abgesehen davon. Nur weil ein Name in einer Sprache so und so bedeutet, heißt das nicht, dass die gleiche Person damit gemeint ist. Okay? Ich meine, es gibt ja auch arabische Christen, die nennen auch Gott Allah. Aber das heißt nicht, dass sie den Allah meinen, den die Muslime meinen. Deswegen spielt das gar keine Rolle, ob er Allah gesagt hat oder nicht. Aber abgesehen davon ist Allah kein Name, sondern Gott ist ein Titel. Ich weiß, dass der Gott der Muslime Allah heißt, aber unser Gott heißt nicht Allah. Unser Gott heißt Yahweh. Und die Bibel sagt klipp und klar, dass Jesus Yahweh ist. Ja, und der Name Jesus bedeutet Yahweh rettet. Das heißt, Jesus ist Yahweh, Gott, der gekommen ist, um zu retten. Und wenn du ihn ablehnst, dann wirst du, wie ich schon zum dritten Mal sage, du wirst in die Hölle gehen. Willst du denn in die Hölle gehen? Bitte? Willst du in die Hölle gehen? Also, jeder hat seine eigene Meinung. Ich bin auch nicht stark überzeugt worden. Ich habe schon, also ich bin, wenn ich das jetzt sage, das hört sich falsch an. Ich bin, Alhamdulillah, Moslem. Ich habe noch ein paar Fragen und einmal wollte ich was zu den Kommentaren noch sagen. Weil manche sagen, Moslems sind peinlich und so. Okay, es gibt also viele, also Leute, die sich wie Kinder benennen und sich nicht ausdrücken können, was sie sagen. Die haben wahrscheinlich nur in ihrem Leben nicht mal richtig den Koran gelesen. Dann hätten die es auch nicht gemacht. Also, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber glaubt mir, keiner ist, also von den Moslems ist keiner so, okay, ihr seht im Internet Taliban und so. Das ist es nicht, das sind einfach nur Terroristen. Ähm, und ich will ja auch nichts Falsches sagen. Deswegen glauben nicht immer, dass Moslems dies und das sind. Und ich habe noch eine Frage. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen. Ich glaube, das war, oh, ich, Alte Testament war das. Und da stand, dass Jesus sich auf dem Boden gekniet hat und angebetet hat. Also, und bitte geholfen hat Gott. Aber wenn Jesus Gott ist, ähm, kann man sich denn selber anbeten oder ich verstehe das nicht? Ja, ähm, ist eine gute Frage. Aber wie gesagt, du hast auch da wieder einen Fehler gemacht. Also, das steht nicht im Alten Testament, sondern das steht im Neuen Testament. Ja, weil du hast ja gerade das Leben von Jesus als Mensch zitiert. Und sein Leben als Mensch findest du nicht im Alten Testament, sondern eher im Neuen Testament. Und du hast recht, ja, er hat gebetet. Er hat sich hingekniet und mit seinem Kopf auf dem Boden Gott angebetet. Ähm, aber er hat sich nicht selber angebetet. Warum? Weil wir glauben, dass Gott nicht nur eine Person ist, sondern Gott ist drei. Also, drei in eins. Also, das heißt, drei Personen, ein Gott. Das wird in der Theologie als, äh, oder mit dem Begriff Trinität oder Dreieinigkeit bezeichnet. Ja, der Gott der Christen, sowohl auch, sowohl von der Christen als auch von den Juden, ist dreieinig. Vater, Sohn und Geist. Und Jesus ist der Sohn, ja, nicht der Vater, sondern der Sohn. Und der Sohn ist Mensch geworden, ja, und als Mensch hat er zu dem Vater gebetet, nicht zu sich selber. Ähm, also, ich will, ich, also, ich sag ja nicht, dass ich als Mensch die, also die Dings hab. Denn im Islam ist, ähm, Jesus halt ein Gesegneter von Gott. Und, äh, Gesegneter, die Leute, die es nicht wissen, das sind halt, also, jetzt nicht die Kommentare geerzählen lassen, oder so. Äh, das, äh, nennen wir denn Propheten, die... Guck mal, warte mal, Kawas, 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 du hast sehr, sehr viele Fragen, deswegen bleib mal hier oben, ich nehm mal schnell andere Gäste ran, und dann werden wir weiterreden, okay? Weil ich möchte wirklich mit dir länger reden, ja? Genau, mach dich mal auf Stumme, ich werd gleich weiter mit mir weiterreden. Ich nehme so lange andere Gäste, genau. Weil ich möchte, äh, in Ruhe mit dir reden. So. Hallo, Hanni, Gott. Hi, Mensa, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ähm, ich wollte nur jetzt, ähm, ähm, dazu sagen, ich bin Christ, ich bin römisch-katholisch, und, ähm, ich gucke mir deine Streams ab und zu mal an, nicht sehr häufig, aber ab und zu mal swipe ich durch, ähm, und höre mir, was, ähm, ja, die anderen zu sagen haben, was du zu sagen hast. Ähm, meine Meinung dazu jetzt, ähm, ich finde, jeder sollte daran glauben, an was er glauben soll, oder an was er glauben will. Man sollte den, ähm, den Leuten nicht irgendwas aufzwingen wollen. Ähm, das ist so meine Meinung als, äh, Christ, ja. Ja, und, ähm, ja, man sollte einfach mal, ähm, man kann natürlich, ähm, das Wort Gottes aus der Bibel offenbaren, ja. Ja, aber, äh, wenn ein Moslem jetzt, sagen wir mal, ja, an das glauben möchte, an was er glaubt, ja, weil wir sind ja alle in ein System hineingeboren, wenn deine Eltern zum Beispiel Moslems gewesen wären und dich zum Islam erzogen hätten, dann hättest du auch nicht, ähm, sagen wir mal, deine Religion verraten, ähm, oder sowas. Ja, es geht hier mehr darum... Warte, 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 warte. Ja, okay. Findest du, findest du, er ist Christ, sollte man evangelisieren oder nicht? Ähm, man sollte, also, es ist jetzt eine ziemlich verallgemeinerte Frage. Also, ich würde eher da mit antworten, ähm, man sollte das Wort Gottes verkündigen, aber man sollte nicht irgendwie versuchen, jetzt die anderen irgendwie auf Gedeih und Verderb dazu zu bewegen, dass sie das jetzt als ihren Weg sehen, ja. Es ist ihre Entscheidung, ob sie das annehmen oder nicht, ne. Sonst kommt man jetzt irgendwie dazu, dass man einem sagt, ähm, nacherzählt, ja, man wäre ja ein Bekehrer, ja. Wir sind ja keine Bekehrer. Wir, ähm, das Christentum war eine sehr lange Zeit, auch, hat er auch Fehler gemacht mit der Missionierung und so, weißt du? Ja, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Also, du hast ja, als du hier reinkamst, hast du meinen Stream erwähnt, ne? Ja. Und, ähm, jetzt mal unter uns, also, möchtest du irgendwie meine Art kritisieren oder was, was mache ich falsch oder warum sagst du das jetzt? Also, was, was meinst du damit, wenn du sagst, man sollte nicht, äh, aufzwingen? Also, was meinst du mit aufzwingen? Habe ich, habe ich jemanden etwas aufgezogen oder was meinst du genau? Also, ähm, ja, in ein paar Sätzen habe ich so schon den, ähm, ja, den Ansatz gehört, als ob du sagen würdest, ja, unsere Religion ist die wahre, ja, ich meine, jeder, jedem, also, ich sehe meine Religion, also, Christentum auch als das wahre an, ne? Aber, das Ding ist ja, ähm, indem man sagt, ja, Jesus ist das und, äh, Jesus ist, ähm, Gott und jeder, der anders denkt, der kommt in die Hölle, das, ähm, ist ja nur perspektivisch gesehen unsere Wahrheit. Danke, dass du da warst. So, ähm, K. Was, lass mal weiterreden. Herr, ich habe den jetzt auch verstanden, aber es kommt falsch rüber an, das ist das Ding, also, das ist ja ein christlicher Läuf und haben ja Leute Fragen deswegen, also, damit er es versteht, äh, und, äh, also, es ist ja, ähm, Kauwas, Kauwas, so einer, äh, die Bibel bezeichnet ihn als Irrlehrer, ne? So einer ist jemand, äh, er ist ein Heretiker, ja, er kommt als Wolf in Stadstest, er will nicht die Wahrheit sagen, weil für ihn ist es so, wenn du die Wahrheit sagst, ja, dann verletzt du die anderen. Er sagt, die Wahrheit ist perspektivisch, aber es stimmt nicht, sondern die Wahrheit ist absolut, okay? Die Wahrheit ist für dich die Wahrheit, als auch für mich die Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit für dich, als auch für mich. Und jeder, der so, ähm, jeder, der so, sag ich mal, sich als Christ ausgibt, jemand, der daran glaubt, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater außer durch mich, jemand, der behauptet, ein Christ zu sein, ein Nachfolger Jesus zu sein, aber dann im Stream reinkommt und Menschen kritisiert, die evangelisieren und dann sagt, ja, weißt du, man sollte nicht sagen, jeder, der nicht Jesus annimmt, äh, geht in die Hölle. So jemand, äh, also man sollte ihm gar keine Plattform geben. Weißt du, deswegen hab ich ihn einfach gekickt, weil das ist Zeitverschwendung, mit ihm zu reden. Deswegen, so, ähm, ja, warte mal, ich nehme mal schnell jemand anderen ran. Was ist denn hier los? Ja, wirklich? Warte. Was geht ab, du? Was geht? Wir sitzen. Ganz, ganz gut, ich hab nämlich, ähm, eine Frage, wenn's okay ist. Ja, ah, ah. Okay, lass mal kurz, äh, den Vers raus, so mehr, zwei Minuten. Hm. Ähm, warum schmeißt man Menschen raus, die andere Meinungen haben? Ähm, nee, weil er sich als Christ aufgegeben hat, ja, als Christ spielt deine Meinung keine Rolle. Als Christ spielt das eine Rolle, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Und wenn du, wenn du sagst, du bist ein Christ, aber dann deine persönliche Meinung... Warte mal. Oh, nee, warte mal. Also wenn du sagst, du bist ein Christ, ne, aber dann Menschen kritisierst, die genau das tun, was Jesus beauftragt hat, ne, und deine persönliche Meinung hier reinbringst, ähm, ab, du schick mal nochmal eine Anfrage, das war auszusehen, schick mal nochmal. Und wenn du deine persönliche Meinung rausbringst, äh, weißt du, das ist Quatsch. Und so jemand sagt, die Bibel, man sollte ihm gar keine Plattform geben, er kann gerne seine Meinung vertreten, indem er eigene Streams macht, indem er eigene Videos macht. Aber hier in diesem Stream, ne, gebe ich ihm keine Plattform, sonst wird mich Gott, äh, äh, wie heißt es, in Rechenschaft ziehen. Okay, die Bibel sagt, man sollte falsche, falsche Lehrer oder Irrlehrer keine Plattform bieten, weil sie nur ihre Müll und Philosophie proklamieren und, genau, es bringt nichts. So. Hallo. Hallo. Jesus ist kein Gott, Jesus war ein Prophet. Okay, wie alt bist du? Ich bin knacke 15, du? Verspaß. Okay, wie alt bist du? Okay, okay, ja, jetzt ist er weg. Naja, okay, okay, egal. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ezähl mal. Ey, ich, ich finde diesen Vers gerade nicht, aber ich glaube, du kennst den sogar, der ist, glaube ich, den Lukas. Und es steht da drin, ähm, also ich will nur eine Erklärung wissen, ich, äh, dass kein Prophet außerhalb Jerusalems sterben wird. Also ist das auch die Vergangenheit bezogen oder auf was? Nee, ähm, also dein Argument ist zu sagen, dass Jesus ja, ähm, außerhalb Jerusalem getötet wurde, ne, also außerhalb der Stadt sozusagen. Und das wäre wirklich ein Widerspruch. Ja, ja, genau. Oder meinst du was anderes? Ja, ich, ja, ich wollte allgemein die Auslegung zu dem Vers wissen, also auf was das bezogen ist. Also, guck mal, Jesus spricht mit sehr, sehr viel Weisheit. Ja, wenn ich zu dir sage und wir reden, sage ich mal, über Glücksspiel und dann sage ich dir, ja, äh, außerhalb Las Vegas wird ja eh keiner Glücksspiel spielen, dann will ich nicht wortwörtlich sagen, dass es in anderen Städten keine Glücksspiele gibt. Sondern mein Punkt ist, dass ich verdeutlichen will, dass Las Vegas die Hauptstadt für Glücksspiele ist. Okay, ja. Das heißt, wenn Jesus sagt, außerhalb von Jerusalem wird kein Prophet getötet, dann will er einfach nur verdeutlichen, wie schlimm Jerusalem ist. Und genau deswegen wurde ja Jerusalem genau 40 Jahre danach von Gott gerichtet, weil sie immer wieder Propheten getötet haben. Das heißt aber nicht, dass ein Prophet nie außerhalb Jerusalem getötet wurde. Okay, ja, okay. Also ich war mir schon klar, dass du das erklären konntest, ich wollte nur wissen, weil ich kannte die Erklärung dazu nicht. Ja, nee, es ist halt so. Also du weißt ja selber, die Bibel ist ja, du musst ein bisschen tiefer reingreifen, weißt du. Ja, Bruder. Ja, das war's, das war's eigentlich. Gott segne dich, mein Bester. Ja, ich hab's denn, ciao. Ciao, ciao. So. Okay, wieso liegt das immer so lange, Leute? Also, hallo? Hörst du mich? Ich höre dich, ich höre dich. Ich hab mal eine Frage, also du sagst, Jesus ist Gott, ja? Was ist deine Frage? Weil er ist ja ohne Vater geboren, ja? Sagtest du? Wann hab ich das gesagt? Also quasi, Maria ist ja schwanger geworden, ohne einen Mann zu berührt zu haben, ja? Ja, das stimmt, ja. Wenn das ja so ist, dann muss ja Adam und Eva erst recht die Söhne von Gott sein. Warum? Die haben ja auch keinen Vater und Mutter. Denk mal darüber nach. Aber ist es nicht ein Strohmann-Argument, was du gerade bringst? Ist doch so, oder nicht? Habe ich recht? Aber habe ich gesagt, dass Jesus Gott ist, weil er keinen Vater hatte? Du sagst es die ganze Zeit, er ist Gott. Aber war das der Grund, warum ich gesagt habe, dass er Gott ist? Was? Ist das der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass Jesus Gott ist? Also habe ich gesagt, dass Jesus Gott ist, weil er keinen Vater hatte? Oder wieso bringst du diesen Strohmann-Argument? Was ist für dich Jesus? Ist er Gott, oder was ist er? Er ist Gottes Sohn, sagtest du, ja? Oh, guck mal, du bist ja ein erwachsener Mann, richtig? Und wenn ich gesagt habe, Jesus ist Gott, dann habe ich nicht gesagt, er ist Gott, weil seine Mutter eine Jungfrau war. Das war nicht mein Argument. Deswegen zu sagen, Adam und Eva sind auch Gott, weil sie keine Eltern hatten, ist ein Strohmann-Argument, weil ich ja nie mit dieser Argumentation gekommen bin. Also du hast gegen dein eigenes Argument argumentiert. Ganz kurz, ganz kurz. Du sagtest ja, er ist ja Sohn Gottes, oder nicht? Richtig, aber der Grund, warum er der Sohn Gottes ist, ist nicht, weil er keinen Vater hatte als Mensch. Das habe ich ja nie behauptet. Oder ist nicht, weil seine Mutter eine Jungfrau war. Das habe ich nie behauptet. Für mich, es gibt keinen Sinn, ja? Also wenn du sagst, Maria wurde schwanger, weil Gott es so wollte, dann ist es halt Gott Sohn. Aber Adam und Eva wurden erschaffen und das sind keine Kinder von Gott. Bist du die Person auf dem Bild? Ja, wa? Ja. Bist du ein Scheech? Du siehst aus wie ein Scheech, oder? Oder ein Imam, oder was auch immer? Ja. Okay, wenn du ein Imam oder ein Scheech bist, ich erwarte wirklich mehr von dir. Ja, diese Argumentation, die du bringst, also das sind... Also ich bin kein Scheech, ich bin kein Imam, ich bin Muslim. Okay, aber du bist kein Jahil, oder? Nein, ich bin einfach nur ein Muslim. Okay, ich erzähle dir, warum ich glaube, dass Jesus Gott ist. Also der Grund, warum ich glaube, Jesus ist Gott, ist nicht einfach, weil er keinen Vater hatte. Das ist kein Grund. Wenn Gott wollte, wärst du auch von einer Jungfrau geboren. Okay? Okay, eine Frage jetzt mal. Eine Frage jetzt, ja? Aber möchtest du mir nicht zuhören? Ja, also okay, okay. Der Grund, warum ich sage, dass er Gott ist, ist, weil die Bibel klipp und klar sagt, dass er Gott ist. Und er hat existiert, bevor die Welt geschaffen wurde. Und er hat die Welt geschaffen. Und laut Bibel ist die Person, die die Welt geschaffen hat, Gott selbst. Das ist der Grund, warum ich sage, dass Jesus Gott ist. Jetzt kannst du gerne dagegen argumentieren. Okay, wenn Jesus Gott ist. Jesus, Kapitel 30, 32, okay? Ich glaube, Alte oder Älteste Testament. Jesus Kapitel 30, 32. Ja, ich glaube, die Alte oder der Neueste Testament. Ich weiß jetzt nicht ganz, ganz genau, wo, ja? Nochmal, 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 nochmal. Jesus, Kapitel 30, 32, ja? Okay. Er wurde gefragt, weißt du, wann der jüngste Tag ist? Er sagt, ich weiß es nicht. Die Engel wissen das nicht. Gott weiß es nicht. Ich frage dich jetzt, jetzt, jetzt frage ich dich. Hat er hier gelogen oder wusste er das nicht? Nein, wo steht das? Also ich muss erst mal wissen, wo die steht. Also steht es im Jesus, Kapitel 30, 32, weil ich finde das nicht. Kannst du mir bitte die Quelle geben? Also steht es im Jesus, Kapitel 30, 32 oder wo steht das? Paulus 13? Oh Mann, ey. Hör mal bitte ganz kurz. Auf jeden Fall findest du das in der Bibel. Er wurde gefragt, er wurde gefragt. Er wurde gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagte, ich weiß es nicht, die Engel wissen das nicht. Das weiß nur Gott. Jetzt frage ich dich. Hat er hier gelogen oder wusste er das nicht? Sei ehrlich. Okay, ich bin ehrlich. Okay, soll ich ehrlich sein? Ja. Das, was du gesagt hast, also dein Zitat ist eine Lüge. Weißt du warum? Antwort doch einfach. Hat er hier gelogen oder wusste er das nicht? Ich habe doch gerade geantwortet. Dein Zitat ist eine Lüge, weil so wie du das gesagt hast, hat er nie gesagt. Soll ich dir sagen, wie er das wirklich gesagt hat? Ich weiß, wie er es gesagt hat. Erzähl, wie er das gesagt hat? Okay, er meinte erstens, von dem Tag an weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Nun, ich frage dich, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ganz kurz. Nur der Sohn. Hast du gerade gesagt. Gott oder Sohn? Was hast du gerade gesagt? Genau, er meinte, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Lass dich ausreden, ich weiß, dass du Angst hast. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist und glaubst du, dass Gott sein Vater ist? Nein, 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 nein. Ich frage dich gerade mal. Wieso zitierst du dann eine Stelle? Also erstens, die Quelle war sowieso falsch, weil es ist hier gar nicht die Quelle, die du gegeben hast. Zweitens, wieso zitierst du eine Stelle von Jesus, wo er sagt, er ist der Sohn Gottes und Gott sein Vater ist? Wenn du ein Moslem bist, wenn er Sohn Gottes ist, angenommen jetzt, du sagst, er ist der Sohn Gottes. Er muss es ja wissen, er muss ja wissen, wann der jüngste Tag ist. Habe ich recht? Du hast recht, aber hättest du nur, aber ich weiß, du hast noch nie die Bibel gelesen, hättest du Philippa Kapitel 2 Vers 5, also die Quelle, die ich da oben eingeblendet habe, gelesen, dann würdest du sehen, dass er Mensch wurde und sich selber eingeschränkt hat. Okay, okay, wenn du ja sagst, kein Problem, lass uns das jetzt nicht auf die längere ziehen. Du sagst, er ist Gottes Sohn, dann hätte er eigentlich wissen müssen, wann er der jüngste Tag ist, ja? Ja, aber er weiß es nicht. Und ich habe dir gerade erklärt, hättest du nur eine Minute Zeit genommen und Philippa Kapitel 2 Vers 5 bis 11 gelesen, die Quelle habe ich sogar eingeblendet, dann würdest du sehen, dass da steht... Nein, ich kann diese Bibel nicht lesen, das sind 40 Autoren, 40 Leute, 40 Leute haben diesen Brief geschrieben, 40 Leute haben diese Bibel geschrieben. Okay, danke, dass du da warst. Also Leute, Leute, ihr habt gehört, ihr habt gehört, ihr habt gehört, erstens, die Quelle war falsch, er sagte Jesus Kapitel 13 Vers 32 oder irgendwie sowas hat er gesagt, oder war Jesus 13 Vers 32 und dann zitiert er Jesus komplett falsch. Ja, und ey, das ist... Warte mal, jetzt kommt die Legende, was geht, Bruder? Das war genau wie Paulus 13, ne? Bruder, das ist so schlimm, ne? Ey, das wird immer schlimmer, immer schlimmer, ja? Das ist mit einem Slime. Hätte er nur das gelesen, was du da oben geschrieben hast, Philippa 2 Vers 6 bis 11, die fällige Kinosis, dann würde er auch das Ganze bestehen, ne? Wenn du den Schlüssel fährst, der will nicht mal lesen, er sagt, er will nicht lesen, weil die Bibel mehrere Autoren hat, also er hat gar kein Interesse. Der Koran hat keine mehreren Autoren, der Koran hat doch über... Wie viele Autoren hat denn der Koran? Unzählige Leute haben am Koran mitgewirkt. Oh, boah, ey, das ist der Problem, was der hat. Das ist so schlimm, das ist einfach traurig, dicker, jedes Mal, es wird immer schlimmer und schlimmer, jemand, jemand meinte mal irgendwie, äh, was meint der Johannes Gabel, irgendwas hat einer mal gesagt, ich dachte, das ist, ich dachte, das ist das Schlimmste, was ich hier gehört habe, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, ich habe da sogar gespeichert. Jesus Gabel 13 oder sowas, ne? Oh, Mann, ey, wirklich, guck mal, Leute, Leute, das ist, ihr hört doch selber mit, ihr hört selber mit, ne? Das kann nicht wahr sein, dass einer, er kommt hier hoch mit einem Bild, du denkst, das ist ein Scheich, ja, und ein erwachsener Mann und kommt mit solchen Argumenten. Das Problem ist, er kommt gerade von, von, äh, Diskothek, der hat schon ein bisschen was getrunken, der war auf After Hour oder sowas. Und dann hat er sich gedacht, ich steig ein bisschen auf TikTok diskutieren. Oh, Mann, ey, Daniel. Der war schon im Gendner, der war am Pflegen im Gendner. Ich sag dir nur so hältst du das aus. Nur, wenn du das weglachst, anders kannst du es nicht aussagen, sonst wärst du wahnsinnig. Jetzt weißt du, was ich die ganzen Monate hier durchgemacht habe auf TikTok. Eigentlich müsste ich schon längst, längst verrückt geworden sein, aber Gott sei Dank hat der Herr mich da bewahrt, ey. Bruder, wirklich Respekt, dass du so lange ausgeschaut ist. Ja, das ist so krank, ey, das ist einfach so krank. Ich mache, ich mache, glaube ich, ich mache zwei Wochen Pause, weil ich kann nicht mehr. Du brauchst mindestens vier, zwei Wochen zu wenig. Vier ist besser, damit du wieder voll gestärkt in diese Runden gehen kannst, ne? In diesen geistlichen Boxkampf. Ey, das ist, das ist, das ist krank. Und das krasse ist, das krasse ist immer wieder die gleichen Argumente. Ja, guck mal. Sturmann, Sturmann Argumente. Genau, wenn man schon, wenn man schon die gleichen Argumente wiederholt, dann erwartet man doch wenigstens, dass man sich wenigstens damit beschäftigt hat. Weißt du, dass man wenigstens beschäftigt, dann werden sie ja nicht Muslime, das ist ja das Problem. Sie haben sich da nicht beschäftigt, deswegen sind sie ja Muslime. Richtig. Ich habe mich damit beschäftigt und bin rausgegangen aus dem Islam. Richtig. Jeder, der sich damit wirklich beschäftigt wird, wird nie wieder Muslim, wird direkt umkehren. Aber daran merkst du, dass sie sich gar nicht beschäftigen, das ist das Problem. So sieht es aus, das ist das Problem, was wir haben. Also Ignoranz gepaart mit einer Tonne Verdorbenheit im Herzen. Das ist echt krank. Richtig. Jetzt nehmen wir den nächsten. Hallo. 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 Ich hoffe, du bist 18. Was? Jesus war kein Gott. Das war's. Wir müssen alle dran glauben. Jesus war kein Gott. Das war's. Wir müssen alle dran glauben. Sie hat uns erleuchtet. Sie hat uns jetzt alle erleuchtet. Das Schlimmste ist, wenn wir in einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft leben würden und wenn wir sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, du weißt, was die Muslime mit uns machen müssten, weil das Schirk und Kuffer ist. Nach 5 Vers 33 müssen wir uns dann warm anziehen, denn wir trachten nach Verderben im Land. Das gehört dazu. Wenn du also mit Slogans rumläufst und sagst, Jesus ist der Sohn Gottes, dann werden die dich aufhalten und dir Dinge tun, die weit über unsere Vorstellungskraft ist. Richtig. Der Islam ist einfach nur noch dunkel. Bruder, ich habe gestern, du hast ja gestern auch mit diesem Denknach gesprochen. Ja, ja, ganz genau. Der Teufel Dämon. Richtig. Dicker, der war vor zwei Tagen hier drin und ich habe ihn gefragt, ich habe ihn gefragt, Denknach, würdest du in der Moschee Sex haben wollen? Dann sagt er, nein, auf keinen Fall. Dann ich frage ihn, okay, aber würdest du im Paradies Sex haben? Dann sagt er, na klar, weil der Paradies ist ein Ort des Vergnügens. Er sagt, im Paradies müssen wir Allah nicht mehr anbieten. Ich war schockiert. Ja, da muss man Allah nur noch begegnen, indem er dann diese Jungfrauen dann zunäht. Allah ist damit beschäftigt, die Jungfrauen dann zuzunähen. Es ist immer so krank. Immer wieder hergestellte Jungfrauen, Allah macht das möglich. Nach jedem SEX kommt dann sofort wieder, dass die Jungfrauen sind und du wirst dann die ganze damit beschäftigt sein und 70 Jahre lange Dauer, ihr wisst schon was, Orgasmen dann zu haben. 70 Jahre lang Dauer, Orgasmen. Und da soll der Himmelreich sein von Gott dem Allmächtigen, dem Heiligen. Die machen aus einem heiligen Ort die Sauna-Club. Richtig. Die machen aus dem heiligsten Ort ein Modell. Oh Gott. Wer kann denn an sowas glauben, Mann? Ich sag's dir, das ist absolut krank. Richtig. Hallo Jesus Christus. Hallo, grüße euch. Gottes rechten Segen wünsche ich euch. Und ich möchte mich bei den Herren bedanken für meine Brüder im Glauben. Für dich Mensa, für Ex-Moslim. Ich bin nur reingekommen, um Dankbarkeit zu zeichnen an unseren Herrn Jesus Christus, der uns jeden Tag das ewige Leben schenkt. Und die erkennt uns, dass wir in ihm unser ewiges Leben auch mitgefunden haben. Amen. Amen. Alle Ehre dem Herrn, Bruder. Alle Ehre dem Herrn. Amen. Ja, Bruder, wenn du willst, Armin, Bruder, Armin, wenn du willst, kannst du hier gerne die Muslime ein paar Worte mitgeben. Ja, weil du bist ja Ex-Moslim. Ja, die kennen mich ja schon zu Genüge. Also ich denke, dass die genau meine Gesinnung kennen gegenüber dem Islam. Lass mich euch das mal vorlesen, ihr Muslime, die hier drin seid. Guckt euch mal an, was Allah euch verspricht. Wenn ein Mann eine seiner Frauen gepunktpunktet hat, dann würde sein Orgasmus für 70 Jahre wehren. Erst danach würde er sich der nächsten Frau zuwenden. Und wenn das geschieht, wird die nächste Frau zu ihm kommen und ihn an seinen Schultern anfassen, worauf er sie ansehen würde. Er würde dabei sein Gesicht in ihren Wangen erkennen können. Deutlicher als in einem Spiegel. Und kleine Perlen würde er an ihrem Leib sehen, welche den Osten und den Westen mit Licht erfüllen. Dann würde er sie fragen, wer bist du? Ihre Antwort wäre, ich bin nur eine von vielen weiteren, die noch kommen. Und sie würden mindestens 70 Kleider gleichzeitig tragen. Und ein solches Kleid gleicht einem Windröschen. So weich ist es. Und mit seinen Augen könnte der Mann durch die Knochen ihrer Beine hindurchsehen. Sowohl der Knochenmark als auch, was dahinter ist, sehen. Und sie würde Kopfschmuck tragen, gefertigt aus Perlen und winzige Perlen, die untersten reichen, um den Osten und den Westen zu erhellen. Wo finden wir das denn? Musnad von Imam Ahmad Hanbal, Hadith 11504. Das ist also die Himmelsvorstellung von einem Heiligen Gott, in dem ihr 70 Jahre Dauerorgosmen habt. Schande, 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 was ihr aus dem Heiligen Gott gemacht habt. Ja, ich habe aus ihm einen You Have Na gemacht. Ja, ich habe aus dem You Have Na gemacht. Ja, ich habe aus dem You Have Na gemacht. Das ist einfach nur noch ein Dreck. Hallo? Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Also, Gottes Segen, ich wollte nur zwei Dinge sagen oder fragen. Und zwar, kennt ihr diesen Ex-Salafisten-Rapper Adrian Witsch? Wollahi, wollahi, wenn ihr noch einmal was gegen uns Salafisten sagt, ich mache Dis-Track. Ja, ich kenne den. Genau, okay. Der ist komplett durchgebläht, der Typ. Ja, das kommt schon in die Hose. Der hat ja den Islam verlassen für ein, zwei Tage und die haben so Druck aufgebaut auf diesen Jungen, dass er heute wieder live ist und wieder zum Islam zurückgekehrt ist. Ja, die dreckend selbst vor einem geistlich Verwirrten nicht mehr zurück. Das ist das Kranke. Vor einem geistlich Verwirrten, ne? Es gibt da auf YouTube einen Kanal, der tut immer TikTok Christendebatten hochladen. Norega heißt der Kanal. Echt gute Videos tut er hochladen. Da gibt es das Video, wie der sagt, ich habe keinen Bock mehr Islam, dies, das, vor ein paar Tagen. Und jetzt haben die ihn wieder so Druck aufgebaut und wieder zurückgedrängt mit Jungfrauen und so. Ja, Bruder, daran siehst du, daran siehst du. Oh, ich nehme dich mal runter, Bruder, weil man hört sich doppelt. Ja, Bruder, der Islam, Leute, der Islam ist eine dunkle Religion. Ja, wirklich. Wir sind hier, um gegen Muslime zu hetzen, aber der Islam, diese Ideologie dahinter, das ist sehr, sehr dunkel. Was geht, Urban? Ich kann endlich wieder live. Leute, wisst ihr, was ich habe? Ich habe ein Video, eine Dokumentation aus den 60er Jahren, wo die an der Kaba nackte, sorry, dass ich das so sage, Sklaven verkauft haben, richtig Markt hatten, direkt an der Kaba. Das waren Schwarze, das waren SC-Sklaven und, und, und. Und aufgrund der internationalen Druck der christlichen Seite der Welt haben sie das entfernt. Sonst wäre das bis heute da. Und dazu gibt es eine Dokumentation auch auf Arabisch aus den 60er Jahren, wo die das alles filmen. Wie die Frauen da gezogen werden, ihre Zähne angeschaut werden. Und das direkt an der Kaba, Leute. Dort lieben sie ja damals nackt durch die Gegend. Deswegen haben sie heute, hatte der Mohamed das verboten, und deswegen tragen die auch bei der Hajj, bei der Umrah, und bei diesem siebenmaligen Umrah, tragen die dann so, sind sie darunter nackt und haben dann nur so ein Gewand, so ein Weißes. Das ist das. Früher sind sie nackt um dieses Kaba rumgelaufen. Das ist das Kranke. Jetzt hat der Mohamed gesagt, nein, nicht mehr. Die Sache ist, dass die Sklaven nichts anhalten, weil sich ja Sklaven nicht bedecken dürfen. Die waren komplett ohne Kleidung. So sieht das aus. Die wurden an Ketten an der Kaba geführt. Und die sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist eine Doku aus den 60ern. Ich habe das Originalvideo bekommen. Das ist auch in meiner Telegram-Gruppe. Ich würde es euch gerne schicken an mir. Du kannst es ja auch verwenden. Ja, ich werde das auf jeden Fall alles verwenden. Alles verwenden. So wie die Muslime. Alles verwenden, um den christlichen Glauben anzugreifen. So werde ich auch alles verwenden, um den Islam, den Erdboden gleich zu machen. So sieht es aus. Ich habe das. Ich habe das. Lass mal kurz mit Marie reden. Hallo. Hier ist kein Bock auf Stress. Ich rede normal mit euch. Nicht wundern. Also ich habe eine Frage. Es ist eine ehrliche Frage, wie er darauf kommt, dass Jesus ist Gott. Also es ist eine normale Frage. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, ja, es ist so oder so. Also einfach nur eure Sicht sehen. Armin, möchtest du das machen? Ja, also die Bibel sagt eindeutig, dass er selber behauptet hat, Gott zu sein. Und das kannst du nachlesen in Johannes 10 ab Vers 22, wo er sagt, dass er auch der gute Hirte ist. Und wenn wir uns den Psalmist, den David anschauen, wie er sagt in Psalm 22, dass der Herr der Hirte ist. Das ist der Hirte Israels. Der Gott bezeichnet sich als Hirte und wir sind seine Schafe. Und wenn der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe kennen meine Stimme, dann sagt Jesus mit anderen Worten, ich bin der Gott dieses Universums. Der Gott Israels, Gott Jakobs, Abrahams und Isaks. Verstehst du? Und das haben Juden auch so verstanden. Deswegen rate ich dir einmal, das Johannesevangelium mal zu lesen, damit du verstehst, warum wir sagen, Jesus ist Gott. Ist das in dem Alten oder im Neuen Testament? Nee, ich habe dir nur ein Beispiel genannt. Es gibt unzählige Beispiele aus dem Alten Testament, wo gesagt wird, dass Gott diese und diese Eigenschaft hat und Jesus Christus darauf Bezug nimmt und sagt, ja, ich bin das derjenige, der gesprochen hat im Alten Testament. Ich bin der Gott des Alten Testaments. Ja, das Problem ist aber auch, die Bibel wird sehr oft umgeschrieben. Wann? Boah, es wird richtig oft, es gibt ja schon wieder ein neues Testament und so, das ist ja auch umgeschrieben. Wer erzählt sie zu einem Blödsinn? Wer erzählt sie zu einem Blödsinn? Egal, ich sage es einfach so. Wo hast du solche Informationen? Die Bibel wird umgeschrieben. Aber meine wichtigere Frage ist so, ähm... Nein, da kannst du es Marie, 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 komm mal. Ja. Wenn du eine Aussage tätigst, dann musst du diese Aussage verteidigen. Du hast jetzt gesagt, die Bibel wurde immer umgeschrieben. Und Armin möchte gerne wissen, wie du drauf kommst. Wie kommst du? Natürlich, also nicht alles wurde umgeschrieben, nicht alles, sorry, das habe ich jetzt falsch formuliert, aber... Naja, beim Neuen Testament, natürlich gibt es da neue Dinge und so. Woher hast du diese Behauptung, dass irgendwas umgeschrieben wurde? Wir haben doch den Urtext da. Meinst du, dass Übersetzung vielleicht nicht richtig akkurat übersetzt haben, oder bist du da jetzt gerade... Weiß ich nicht, was du da jetzt gerade sagst. Naja, ich sag ja nicht jetzt, dass die anderen Sachen... Es wird nicht komplett umgeschrieben, aber... Nein, du weißt selber gar nicht, was du da sagst. Die Umgangssprache in der Bibel ist einfach anders geworden. Hä? Wir haben doch trotzdem den Urtext da, wir können doch Wortstudien unternehmen. Verstehst du meine Liebe? Ach so, ja. Ach so, ja. Hast du das jetzt verstanden? Ja, was ich immer noch nicht verstehe... Ja, klar, ich verstehe das noch, klar. Ähm... Aber was ich einfach nicht verstehe, guck mal. Wenigens bist du ehrlich und hast gesagt, ich hab's verstanden. Das ist schon mal gut. Ja, so was ich halt gerne wissen möchte, ist so, warum... Was habt ihr so gegen den Islam so, weil ich meine, ähm... Ich bin selber Christin, ich bin keine... Ich komme nicht aus dem Islam, aber... Okay, lass mich dir erklären, was ich gegen den Islam habe. Ja, aber lass mich auch erst ausreden. Ich meine, äh... So, guck mal, das sind ja eigentlich... Die glauben an dasselbe, wir glauben alle an Gott, die glauben zwar an Allah, aber trotzdem... Glauben sie... Die haben aber die gleiche Denkweise, die denken auch, dass... Dass Gott die Welt... Okay, dann erzähl du. Sie glauben an einen Gott, der sich in einem Schienbein offenbart hat. Ist das der Gott der Bibel? Ist der Gott der Bibel ein unvollkommenes Wesen? Dieser Gott des Islams sagt, ich hab ein Schienbein und zeige das auch am Tag des Jüngsten Gerichts. Und dann werden wir dich anbeten von so einem Schienbein niederwerfen. Ist Gott ein Schienbein? Naja, aber guck mal, da musst du es so sehen. Nein, es ist eine Religion, man sollte andere Religionen akzeptieren. Ich frage dich, ist Gott ein Schienbein? Du kannst keine Bibel mit einem Koran vergleichen. Das geht gar nicht. Du machst doch gerade den Vergleich. Und ich sage, wir haben überhaupt gar nicht denselben Gott und auch gar nicht dieselbe Gottesvorstellung. Der Gott der Bibel ist ein dreieiniger Gott, der sich im Vater so ein heiliger Geist geoffenbart hat. Der Gott des Islams ist ein Android, ein, wie nennt man das, ein Hybrid. Er hat einen Fuß, er hat zwei rechte Hände, er hat ein Schienbein, er hat ein wolliges Haar, er hat ein Lächeln. Und verstehst du, was ist das für eine Vorstellung von Gott? Und ich kann das alles belegen anhand der Quellen. Dr. Scheher Abouhamed redet nicht einfach so aus sich, sondern belegt das alles. Ich habe die Quelle, Bruder, mir Gottes Segen. Gott sei Dank. Dass Allah ein Schienbein ist. Sahaja Bukhari steht das. Sahaja Bukhari steht das. Sahaja Bukhari steht das. Sahaja Bukhari ist das. Sahaja Bukhari 7 4 3 9. Sahaja Bukhari 7 4 3 9. Und niemand wird zu ihm sprechen außer dem Propheten und dann wird zu ihm gesagt, wenn ihr irgendein Zeichen an dem ihr ihn erkennen könnt, sie werden sagen, dass schienbein und so wird Allah dann sein Schienbein entblößen. Woraufhin sich jeder Gläubige vor ihnen niederwerfen wird. Und es werden diejenigen bleiben, die sich vor ihnen niederwerfen, nur anzugeben und einen guten Ruf zu erlangen. Und dann gibt es noch eine Koranstelle, Sura 68 Vers 42, wo da steht, dass Allah sein Schenkel entblößen wird. Also da sehen wir Einstimmigkeiten. Das ist Gottes Vorstellung, dass Gott so sein sexy Schienbein zeigen wird und wir uns anbitten, davor niederwerfen? Ne, das war einfach nur eine normale Frage, weil es ja jeder anders sieht. Ich sage dir, warum ich den Islam ablehne und alle Menschen warne. Nach Sura 9 Vers 5 ist das der Schlüsselvers, um das Verständnis der ganzen Terrororganisationen zu verstehen. Warum sie die Nichtmuslime vor die Wahl stellen? Weil der Gott des Islams seinen Propheten zu der damaligen Zeit befohlen hat, gegen alle Menschen zu kämpfen und hat jeden möglichen Vertrag gebrochen. Er hat alle Eide gebrochen und hat die Menschen zum Islam gezogen, weil Allah ihm aufgetragen hat, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie den Islam annehmen. Und wenn sie den Islam annehmen, dann hat Muhammad erst aufgehört, das Schwert in die Menschen rein zu hämmern. Verstehst du? Und das ist ein großes Problem, was wir haben. Und deswegen siehst du, dass so viele Organisationen im Namen Allahs morden wie Heuschrecken. Und sie greifen Dörfer an, das haben wir ja gesehen, 2014, 2015, als der islamische Staat an die Macht kam. Die haben das praktiziert, was ihr Prophet ihnen vorgelebt hat. Das kannst du im Leben von Muhammad nachlesen, Sirat Rasulallah. Und du kannst dir die Hadith zur Hand nehmen und die Tafsire. Für alle. Ihr könnt gerne selber eine Studie unternehmen. Das ist kein Problem. Wir leben im Zeitalter des Internets. Ihr könnt zu Surah 9 Vers 5 gehen und dann seht ihr, dass der Ausleger At-Tabari, Ibn Kathir und die ganzen Mufassirin sagen, ja, dieser Aya wurde herabgesandt auf Muhammad, der dann von Allah befohlen wurde, die Eide zu brechen und alle Menschen vor die Wahl zu stellen, bis sie den Islam annehmen. Und so hat er seine Schreckensherrschaft dann durchgesetzt und hat den byzantinischen Königen alle Drohbriefe geschrieben. Aslam, Taslam, nimm den Islam an, dann bist du sicher. Weil das Land und die Erde gehört Allah und seinem Gesandten. Und da haben wir das große Problem. Die Muslime fühlen sich dazu bemächtigt, Andersgläubige vor die Wahl zu stellen, weil ihr Gott ihnen das befehlt. Und das ist das Problem, was wir haben. Es ist nicht so wie im Alten Testament, dass Gott sein Urteil auf verschiedene Völker setzt, weil sie gegen Israel gekämpft haben, gesündigt haben und und und. Nein, der Gott des Islams will angebetet werden, um jeden Preis. Und das ist das Problem, was wir hier haben und was noch den Leuten bevorsteht. Denn wenn du dich mit der Geschichte des Islams auseinandergesetzt hast, siehst du, dass die Sahaba und die Tabi'in und Muhammad selber losgezogen sind und Territorien erobert haben und die Menschen zum Glauben gezwungen haben. Und das wird eindeutig bestätigt durch die Ausleger. Das ist nicht meine Rede, die ich hier halte, sondern ich gebe nur das wieder, was die Tafsede sagen. Ich kann dir noch gerne eine Quelle einblenden, wo du siehst, was der Profis von den. Ja genau, also warte. Also das ist Sahel Bukhari, das nennt man also sein Hadith. Ja, das ist eine sehr authentische Quelle. Genau. Und Nummer 307, vielleicht kannst du gerne screenshotten und liest mal, was da steht. Die Klima berichtete, dass Ali Allah wohlgefahren auf ihn einige Menschen, einige Leute verbrannte. Als Ibn Abbas davon erfuhr, sagte er, an seiner Stelle hätte er sie nicht verbrannt, denn der Prophet Allah Segen und Friede auf ihm sagte, vollzieht keine Strafe, mit der Allah selbst bestraft, sondern und ich hätte sie hingerichtet, wie der Prophet Allah Segen auf ihm sagte, wer seine Religion ändert, den sollt ihr was töten. Und da frage ich mich, warum sagt ein Prophet, man soll Menschen töten, nur weil sie ihre Religion geändert haben? Also warum darf man seine Religion nicht ändern? Findest du das okay, Marie? Na, ich hab' ich grad nicht gehört, das hat gehangen bei mir. Okay, auf jeden Fall, der Prophet von den Muslimen hat gesagt, wer seine Religion ändert, soll getötet werden. Findest du das okay? Weil seine Religion, nö. Warum sollte man getötet werden? Siehst du? Und diese Frage ist, was du Muslim stellen. Ja, ich mag da andere Muslime kommen und sagen, im Alten Testament steht doch, dass wenn jemand einen anderen Gott innerhalb Israels anbietet, der soll des Todes sterben. Ja, du kannst aber außerhalb Israels hingehen und du kannst in Frieden leben. Innerhalb Israels gelten Gesetze. Aber sobald du weltweit sagst, ich hab' den Islam verlassen, werden die Muslime dich auf der Stelle aufsuchen und mit der Nackentherapie verpassen. Das ist nicht also das gleiche wie im Gesetz Mose und dann auf einmal Mohammed sagt, ja geh und mach' jeden platt, der den Islam verlässt. Verstehst du? Ja, ja. Aber was ich gerade nicht verstehe... Dass der Himmel weiter untersteht. Warum gerade hier Leute sagen, ich hab' nicht gesagt, dass die, also Muslime und Christen an den gleichen Gott glauben. Das meinte ich nicht. Ich meinte damit, dass die halt, die glauben ja an Allah, wir glauben an unseren Gott, also manch an Jesus, manch an Gott. Also jeder hat ja andere Meinungen. Ja, wie viele Götter gibt es denn? Ich dachte, es gibt noch einen Gott, der dieses Universum geschaffen hat. Warum haben die ein anderes Gotteskonzept, wie wir aus der Bibel? Also der Gott der Bibel hat sich doch einen dreieinigen Gott gezeigt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Gott des Islams lehnt das ab und sagt, nein, wenn ihr sagt, dass ich ein dreieiniger Gott bin, dann seid ihr Ungläubiger und ich werde meine Muslime beauftragen, mit euch Nackentherapie zu machen. Zuge 47, Vers 4. Siehst du? Ja, aber ich meine einfach, weil manche jetzt denken, dass ich, weil viele sagen so, dass wir nicht an den gleichen Gott glauben, das weiß ich ja. Das haben die, glaube ich, falsch verstanden. Ja, das sagen Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Wir glauben alle an den selben Gott. Das ist aber blöd. Die dachten, dass ich das meinte, weil ich eben was so, weil ich das falsch formuliert hatte, aber das meinte ich nicht. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also du siehst, dass der Gott des Islams ein blutrünstiger Gott ist, der möchte, dass die gesamte Welt islamisch wird. Und er möchte auch unter jegmöglichen Zwang auch angebetet werden. Und der Mohammed sagte auch, in Sahih Muslim, Buch 5, Fallis 3, 2, 1, dass er, wenn er Muslime sieht, die das Jummah-Gebet verpassen, also das Freitagsgebet, würde er sie am liebsten in ihren Häusern selbst verbrennen. Sie und ihre Häuser. Ist das ein Prophet Gottes, der Menschen verbrennen will, weil sie das Jummah-Gebet verpassen? Nee, aber ich habe, das war halt nur eine allgemeine Frage, weil natürlich kann ich mich nicht so mit dem Islam raus, weil ich mich damit beschäftige. Ja, wenn du dich dann intensiv mit dem Islam beschäftigst, dann merkst du, dass mit dem Islam absolut irgendwas nicht stimmt. Und Mohammed diese ganzen Aussagen unter schwarzer Magie getätigt hat. Wir wissen ja, dass der Imam Bukhari uns übermittelt, dass der Mohammed unter schwarzer Magie stand und er sich Sachen vorgestellt hat, die er in Wahrheit niemals getan hat. Also der war überhaupt nicht vertrauenswürdig, der Mann. Der hat in Illusionen gelebt. Der hat sich vorgestellt, mit seinen Frauen SEX zu machen, obwohl er es in Wahrheit nie getan hat. Ist das eine vertrauenswürdige Quelle, zu der wir hinlaufen können, um ihm nachzufolgen? Stell dir mal vor, da steht, Jesus lebte in Illusionen und er hat sich vorgestellt, mit irgendwas zu machen, obwohl er es in Wahrheit nicht getan hat. Wer würde ihm folgen? Richtig, gute Frage. Wer würde ihm folgen, sagt es mir. Kein normaler Mensch, der noch ein bisschen Grips im Gehirn hätte, würde sagen, ja, das ist aber eine vertrauenswürdige Quelle. Also wenn er in Illusionen gelebt hat, schwarze Magie auf ihm war, dann vertraue ich ihm an meine Seele an. Kein Mensch würde so vorgehen. Richtig. Also was ich gut sagen möchte. Wenn wir sowas hätten bei uns in den Schriften, die würden das jeden Tag vor unserem Gesicht halten, sagt, guck, was ihr glaubt. So sieht es aus. Die würden das jeden Tag ans Gesicht schneiden und sagen, guck mal, euer Jesus hat in Illusionen gelebt. Aber wenn das bei denen steht, dass ihr Prophet von einem Juden verhext wurde und die volle Kontrolle hatte über ihn, weil die Gelehrten sagen, er wurde verhext und die Verhexung ging 40 Tage bis zu sechs Monaten, stand er unter schwarzer Magie. Man kann ihn absolut überhaupt nicht vertrauen. Wer weiß, ob er diese Sachen, die er gesagt hat, die Bukhali uns übermitteln, unter schwarzer Magie stand oder auch nicht. Wer kann das beweisen? Keiner. Amir, du weißt, was der Koran sagt. Der Satan hat Macht nur über die schlechten Muslime. Das kommt auch noch dazu. Also, der ist noch mit zu den Schlechten, zu den Abgeirrten. Laut Koran ist sie nicht. Die Diskussion. Da hatte ich eine Diskussion vor einigen Monaten mit einem Muslim, der ehrlich geantwortet hat. Da habe ich ihn gefragt, ist Mohammed ein Abgeordneter, sagt er, ja, da muss Mohammed ein Abgeordneter sein. Ich war so erstaunt, dass er das zugegeben hat. Äh, Marie, ganz kurz, Marie, ich habe eine Frage an dich, ja? Ja. Du meintest ja, du bist eine Christin, du geloht an Jesus. Natürlich glaube ich an Jesus, aber bei mir ist es halt noch so, ähm, ich bin ehrlich, ich bin mir noch nicht, also, ich bin halt zurzeit, ich informiere mich immer mit mich mehr und mehr. Ja, nur, ich versuche immer noch herauszufinden, ähm, wie halt Leute, also, ich finde, nicht jeder denkt halt daran, dass, ähm, Jesus gleich Gott ist, weil ich halt so denke, für mich ist halt, ich weiß nicht, das hört sich vielleicht jetzt, wir würden jetzt wahrscheinlich sagen, nein, das und das. Also, ich bin eher der Meinung halt, für mich ist halt Gott so, der uns erschaffen hat, aber es ist halt die Trinität, also die Dreieinigkeit. Das ist für mich genau, das ist für mich halt auch Jesus und so, also der Heilige Geist und so. Mach ich ganz kurz, ganz kurz. Also, ich habe eine ganz einfache Frage gestellt, bist du Christin, du hast ja gesagt, so. Ja, ich bin kein Muslimin, oder? Okay, nee, nee, ich habe, ich habe diese Frage gestellt, weil du ja vorhin die Bibel angezweifelt hast, ne, deswegen, wie kann man ein Christ sein, wenn man die Bibel aber anzweifelt, so, weißt du? Und zweitens, du hast ja, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, Gott ist derjenige, der alles erschaffen hat, da hast du komplett recht. Aber wusstest du, dass die Bibel sagt, dass Jesus die Welt erschaffen hat? Oh man. Nee, jetzt habe ich noch, also, das wusste ich nicht, nee, deswegen, ja. Deswegen hatte ich ja gefragt, weil ich mich halt nicht vermitteln möchte. Deswegen hatte ich, ich weiß nicht, ich habe ja nicht mit euch diskutiert, also ich habe deswegen ja euch gefragt, um zu wissen, wie eure Sicht ist. Ja, verstehe. Nee, also wie der Bruder Amir sagt, also das steht im Johannes Evangelium, das ist, also, guck mal, ich meine, keiner würde hier auf die Idee kommen, einfach zu behaupten, dass irgendein Mensch Gott ist. Das ist ja keine einfache Aussage. Wir sagen das, weil wir davon überzeugt sind, ja, nicht nur, weil wir das irgendwie geträumt haben oder so, nee, sondern weil die Bibel das klipp und klar sagt. Die Bibel sagt das klipp und klar. I have a dream, I have a dream, I still have a dream. Also, wir haben es ja nicht einfach empfunden, zu sagen, dass Jesus Gott ist, sondern es steht in der Bibel. Weißt du? Also, Johannes Kapitel 1, direkt drin, Vers 1 bis 3, na, erstmal, sag ich mal, 1, 2, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, und wir sahen seine Herrlichkeit mitten unter uns vom Vater eingegeben. Aber wenn wir noch Vers 3 anschauen, steht da auch noch drin, alles ist durch, äh, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe sich eines entstanden, was entstanden ist. Also, sagen, steht da, dass das Wort auch dabei war, die Trinität war direkt dabei. Erste Mose lesen, direkt Kapitel 1, steht da drin, der Heilige Geist, also der Geist Gottes schwebt über das Wasser. Das Wort sprach, Jesus, na, und dann Gott als Vater, die Trinität. Oder 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4, das berühmte Schma Israel, was die Juden heutzutage noch zitieren. Das Schma Israel, Adonai Elohenuch, Adonai Echad. Das Wort Echad heißt allein, auf Deutsch übersetzen, das bedeutet eins aus mehreren Elementen. Sonst würde da Yachid stehen, wenn das einzig wäre. Aber eins aus mehreren Elementen auf Deutsch, höre Israel, der Herr ist mit uns, der Herr allein. Nur das Wort allein hat schon die Trinität wieder bewiesen. Erste Mose 18, Abraham sah drei Männer vor sich und spricht in Hebräisch in Singularform. Adon, sagte mein Herr, und der sagte auch noch, hat etwa dein Knecht Gnade unter deinen Augen gefunden. Erste Mose 18, welcher, ein großer Prophet Abraham, welcher Prophet sagt, hat etwa dein Knecht Gnade unter deinen Augen gefunden. Sie tränen Männer vor sich und sagt dann, mein Herr, spricht in Singularform. Der Trinität durchgängig, nein, das heißt, mein durchgängig. Richtig, richtig. Mensa? Jo, Feth. Ja, grüßt euch Brüder. Shalom, erstmal zusammen. Ich bin eigentlich nur ganz kurz hochgekommen, weil ich ein Anliegen habe. Und zwar, ich denke, viele haben es mitbekommen. Am Donnerstag war ein Amoklauf in der Schule von meinem Sohn. Und der beste Freund, der beste Freund von meinem Sohn wurde, ja, hingerichtet, wenn man es so sagen kann. Und ich habe einfach, einfach nur ein Gebetsanliegen, dass ihr bitte für meinen Sohn betet. Und für die Opfer, für die Eltern des Opfers, die stehen gerade alle total neben sich. Auch ich habe extrem damit zu kämpfen. Wo weiß man denn, wer der Täter war? Ja, ja, man hat den Täter verhaftet. Man hat den Täter verhaftet. Das ist ein 15-Jähriger. Der ist in die Schule. Sagen Sie nicht, dass das ein 15-Jähriger Syrer oder Irak oder was auch immer. Nein, 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 das nicht, das nicht. Das war irgendwie, die hatten eine Meinungsverschiedenheit. Und der ist am Tag darauf, ist er in die Schule gegangen, hat einen Monotov-Cocktail genommen. Er ist in das Klassenzimmer reingegangen, hat direkt auf ihn geschossen, zuerst einen Streifschuss ans Ohr, dann hat er sich weggeduckt. Und dann hat er ihn von hinten in den Kopf geschossen, hat ihn umgedreht noch zweimal in den Bauch geschossen. Und wollte ihn dann noch anzünden und das konnte man dann noch verhindern. Ja, der Täter, wie gesagt, wurde verhaftet, aber... Meinungsverschiedenheit läuft aus so niedlichen Gründen, Meinungsverschiedenheiten. Ja, ein 15-Jähriger. Das Schlimme daran ist, sein Vater hat ihm gezeigt, wie man mit der Waffe umgeht, wie man auf wie man schießt und so weiter und so fort. Ich würde euch einfach mal bitten, dass ihr, mein Sohn Noah heißt ja, Noah, dass ihr bitte für ihn betet, weil er steht gerade komplett neben sich. Wie gesagt, auch mir geht es extrem nah. Wie gesagt, ich muss extrem mit den Tränen kämpfen, weil es erreicht einfach mein Vater her, als wenn ich merke, wie sehr mein Sohn leidet und ich kann nichts dagegen tun. Boah, Bruder, das tut mir so leid, wirklich. Ja, genau. Ja, deswegen, ich habe gedacht, ich nutze es mal, wenn so viele Leute hier drin sind, dass ihr alle bitte betet. Ja, Amen. Ja, dass ihr, wie gesagt, mein Sohn selber ist auch ein wiedergeborener Christ. Das wollte ich gerade ansprechen, dass man eine Situation nutzt, um daraus auch eine Lehre zu ziehen, dass das Leben ganz schnell vorbei sein kann. Und wir dringend, ganz schnell in Richtung Jesus Christus uns bewegen sollten. Ja, genau. Weißt du, das Traurige an mir war, dass der, das Opfer, der hat ein richtig scheiß Leben, der war, ist ohne Vater aufgewachsen und so weiter und so fort. Und, ähm, hat durch meinen Sohn, ähm, ja, angefangen, ähm, ja, an dem Glauben näher zu kommen, dem Herrn näher zu kommen. Ähm, wie gesagt, mein Sohn ist ein wiedergeborener Christ. Und, ähm, ja, ich hoffe nur, dass er umgekehrt ist, dass er Buße getan hat, das Opfer, das auch wirklich nicht beim Herrn ist. Aber, ähm, wie gesagt, betet bitte für meinen Sohn und betet bitte 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 auch für die Eltern, für die Mutter des Opfers und, ähm, für die kleinen Geschwister des Opfers und generell für die Freunde, für das Umfeld betet bitte dafür. Ich möchte mal kurz was dazu sagen, also erstmal Bruder Faith, also Anali, die hier drin sind, viele von euch wissen, dass ich sehr, sehr oft mit Bruder Faith live bin und ich habe ihn noch nie so erlebt, also, dich so zu sehen oder zu hören, das bricht mir wirklich das Herz, ja, und alle Ehre dem Herrn, das dein Sohn noch liebt, ja, und ich weiß, dass du trotzdem mitgenommen bist und wir werden auf jeden Fall für dich beten, Bruder, und Leute, das zeigt einfach, dass die Welt, wie Armin gesagt, dass diese Welt, wie Jesus braucht, ja, wenn man, allein, wenn man zum Beispiel, Matthäus 5, Vers 44, ähm, betet für deine Feinde, hätte dieser 15-Jährige diese Worte gehört von Jesus und zu Herzen genommen, dann wäre das nicht passiert. Jesus ist die Person, die, die Bibel sagt, er ist der Friedefürst, er bringt Frieden. Amen. Aber wenn man Jesus nicht hat, wenn man, sag ich mal, den Koran hätte, nur den Koran, dann würde man genauso handeln, wie der Junge gehandelt hat. Ja, wenn man Jesus nicht hat, dann passiert genau sowas. Die Welt braucht das Evangelium, die Welt braucht das Licht Gottes, das Licht, was durch Jesus Christus gekommen ist. Ja, das ist die Lösung, Jesus ist die Lösung, Leute. Jesus ist die Lösung, wirklich. Ja, Jesus ist echt die Lösung. Und, ähm, ich, ähm, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte ohne, ähm, den Herrn Jesus die letzten zwei, drei Tage. Ja. Weil die Kraft, die ich eigentlich noch habe, das ist eigentlich nur durch den Herrn. Und, ähm, Mensa, du kennst mich, ähm, du weißt, dass ich jetzt nicht, ähm, irgendwie ein sentimentaler Typ bin oder, äh, extrem. Das ist ja irgendwie, du weißt, wie ich bin. Aber, ähm, das Ganze nimmt mich extrem mit. Und, ähm, wenn ich einfach sehe, weißt du, wie es meinem Sohn geht oder wie es auch seinen Freunden geht, weil wir waren gestern, ähm, die haben da so eine kleine Gedenkstätte für ihn eingerichtet, wo sie, ähm, Briefe und Fotos für ihn hinterlassen können. Und, ähm, und wenn ich da sehe, wie es, ähm, ja, wie es denkt, das sind Kinder, Mann, das sind 14-jährige Kinder, es sind keine erwachsenen Menschen, das sind Kinder. Und selbst denen geht es extrem dreckig und, ähm, man kann ihnen nicht viel sagen. Man kann wirklich nicht viel sagen, außer, ähm, für sie da zu sein. Und, ähm, ja, das war einfach, wie gesagt, ich habe einfach das Anliegen gehabt, ähm, hier hochzukommen und, ähm, euch darum zu bitten, ähm, für meinen Sohn zu beten. Ähm, das war, wie gesagt, das war sein bester Freund. Mhm. Ähm, der hat am Tag vorher noch bei ihm übernachtet, ist er zusammen in die Schule gegangen. Und der einzige Grund, warum mein Sohn da nicht anwesend war, war, weil er Nachhilfeunterricht hatte. Mhm. Es war der einzige, das war der einzige Grund, warum er da nicht anwesend war. Ja. Ich möchte mal kurz, ähm, bevor wir weitermachen, eine Bibelstelle einblenden. Ähm, warte, eine Bibelstelle einblenden, oder genau. Guck mal, Leute, das steht hier in Matthäus Kapitel 5, ja, Vers 9. Glückselig sind die Friedensstifter, warum? Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Amen. Amen. Weißt du, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Gott, ja, du bist ein Kind Gottes, wenn du für Frieden bist. Ja, du bist kein Kind Gottes, wenn du, wenn du immer andere Leute bekämpfen möchtest, nur weil sie, sag ich mal, deine Religion beleidigt haben oder was auch immer. Sondern du bist ein Kind Gottes, wenn du auch für Menschen betest, die dich verfluchen. Ja, wenn du auch für deine Feinde betest. Warum? Weil Gott ist genauso. Ne, und... Bruder, das tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Und wir werden auf jeden Fall für dich beten. Wirklich, Leute, beten bitte für den Bruder, ja. Danke, danke. Und ja, das war einfach das Anliegen, das ich hatte. Und ich möchte mich wirklich jetzt schon mal im Voraus bei jedem Einzelnen bedanken, der sowohl für mich betet, als auch für meinen Sohn betet, oder auch für die Freunde des Opfers und auch für die Eltern des Opfers oder auch für die Geschwister des Opfers betet. Ja, mein Sohn heißt Noah. Ja, das möchte ich einfach im Voraus schon wirklich lange, lange von Herzen sagen. Weil mir als erwachsene Person, ich bin 41 Jahre alt und mir geht es schon extrem nah und ich weiß teilweise selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber das mal meinen Sohn leiden zu sehen, das ist echt heftig. Ja, Bruder, das bricht mir wirklich das Herz. Das ist schwer, sondern ich bin wirklich gut, Bruder. Na, das ist gut. Wie gesagt, du weißt ganz genau, was ich von deiner Arbeit halte, Mensa. Von deiner genauso, Bruder. Von allen anderen hier, von den Brüdern, die hier drin sind, macht weiter so, deckt weiterhin die Fensternis auf, verkündigt weiter den Herrn Jesus, weil es gibt kein ewiges Leben ohne den Herrn Jesus. Er hat den alleinigen Anspruch an sich auf sich genommen und hat gesagt, dass er der Weg, die Wahrheit um das Leben ist und niemand kommt zum Vater außer durch Jesus Christus. Es ist kein Mohammed, der euch retten kann, kein Buddha, der euch retten kann. Niemand auf der Welt rettet euch außer Jesus Christus. Der Glaube an ihn gibt euch ewiges Leben. Alles andere führt euch direkt in die Hölle. Amen, amen. Und Leute, guck mal, daran sieht man, was für ein Tröster der Herr Jesus Christus ist. Guck mal, ich hatte vor, ich glaube vor drei Tagen, eine Schwester, die hier hochkam und erzählt hat, dass ihr Vater verstorben ist. Und zwei Tage später kam sie hier hoch, hat trotzdem über Jesus geredet, dass Jesus ihr Kraft gibt. Und guck mal, was du gerade erlebt hast, Bruder. Aber der Fakt, dass du trotzdem hochkommst und trotzdem zu dem Herrn Jesus Christus hältst, dass du bezeugst, dass du immer noch Frieden hast, dass du immer noch Kraft hast, zeigt einfach, wie treu unser Gott ist, wie treu Jesus Christus ist. Und das sollte ein Zeugnis für alle anderen hier drin sein. Bruder, wirklich, also Gott segne dich. Du machst genau so eine krasse, starke Arbeit. Dein Zeugnis, glaub mir, du hast gerade 400 Leute ermutigt, dass du trotz deiner Umständen hier hochkommst, um zu bezeugen, was für ein Tröster unser Gott Jesus Christus ist. Weißt du, was ich meine Bruder? Na, danke, Bruder. Wie gesagt, ich habe das versucht zu nutzen, dass Ihnen ganz viele Gebete erreichen. Was? Ja, wie gesagt, ich kann es einfach nur noch mal dohlen, weil es ist einfach zu heftig, was da passiert ist. Es ist einfach, ich kriege das wirklich, ich kriege das nicht selber, kriege es nicht in die Realität rein. Wie man wegen einer Meinungsverschiedenheit einen Menschen so hinrichten kann. Du musst dir mal vorstellen, zu der damaligen Zeit, auch bei Mohammed, man hat Mohammed nur ein falsches Wort gesagt. Ja, genau, Bruder, das ist richtig. Jemanden, der einfach nur Kritik ausgeübt hat, hast du gesehen, was da mit ihm angekündigt ist? Ja, klar, 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 klar. Das Zeug von krassem Narzissmus, also es ist ein Narzissmus. Er hat ja auch Leute angestiftet, andere umzubringen, den kritisiert haben. Und so sieht es aus, das lesen wir in Zeitbuch, Rady 30, 32, genau. Er hat einen Mann dazu beauftragt, einen anderen zu töten, der kritisiert hat. Unglaublich. Genau, der hat, glaube ich, Gedichte oder sowas gegen ihn geschrieben. Das war... Ja, genau, der Kabel, der Aschert, die berühmte Geschichte, der Kabel, der Aschert. Genau, genau, ganz genau. Ganz genau. Ja, deswegen, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte, oder eigentlich alles, was ich euch mitgeben wollte. Und ich bin euch wirklich von Herzen dankbar, wenn ihr wirklich dafür betet. Amen. Gott segne euch, mein Lieber. Gott segne euch auch alle. Ich wünsche euch in diesem Sinne, wünsche ich euch... Mir auch. Mach's gut, mein Lieber. ... einen gesegnenden Tag. Und haltet ganz, ganz fest am Herrn Jesus. Das gilt allen hier drin. Und der Herr Jesus segne euch alle. In diesem Sinne, Maranatha. Bis auch, Bruder. Bis auch, Bruder. Ja, Leute. Ja, Gottes segne euch. Ich wollte dann jetzt rausgehen. Auf jeden Fall geht es eignetten Stream. Ich bin ihr Bruder. Haltet immer an den Herrn Jesus Christus fest. Gottes segne. Amen. Amen. Gottes segne. Tja. So, Marie, jetzt können wir weitermachen, Marie. Ja, ich habe nur noch eine normale Frage. Also, vielleicht täusche ich mich ein bisschen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen dumm oder so. Also, Gott hat ja in der Bibel gesagt, ich bin, der ich bin. Aber, was man ihn halt zum Beispiel nennt, man ihn ja Vater oder Barmherziger, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Jesus Christus ist ja, also wegen der Trinität, sind sie ja, da glaubt man ja, dass alle Gott sind. Also, Gott alles ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja, so ungefähr, ja. Ja, ich habe mich auch gerade falsch ausgedrückt. Also, man sagt ja, Jesus ist Gott. Also, es ist jetzt eine Frage von dir. Warum? Also, betet man, betet ihr denn da zu Jesus oder zu Gott? Das ist jetzt immer eine Frage. Sagt ihr Vater, Gott, weil Jesus Christus? Weil, man betet ja, zum Beispiel, die Bibel, meine Liebe, die Bibel kennt nur zwei Adressen der Anbetung. Das ist einmal der Vater und einmal der Sohn. Der Herr sagt, was ihr in meinem Namen erbittet, das will ich euch geben. Das heißt, der Apostel Paulus sagt auch in 1. Korinther 1, Vers 1 bis 2, wir rufen den Namen unseres Herrn Jesus Christus an jedem Ort der Erde. Und der Herr Jesus kann jedes Gebet erhören. Der ist ja omnipräsent, ne? Und deswegen kannst du zu ihm beten. Und der Herr wird dir auch deine Gebete erhören. So sieht es aus. Ja, was ich mich halt nur frage, ähm... Also, ich hatte nicht gefragt, ob die beten. Das war einfach nur, ob sie die an... Na, egal. Was meine Frage halt ist, so... Was ist, weil man sagt ja, man weiß ja nicht, was Gott für ein Geschlecht hat, eigentlich. Gott ist ja geschlechtslos. Du kannst im Hebräer Buch 1 lesen, dass am Ende der Tage der Gott durch seinen Sohn gesprochen hat. Denn Gott lebt in einem unzugänglichen Licht. Der Vater lebt in einem unzugänglichen Licht. Der Sohn hat uns kundgetan. Gott hat einen verherrlichten Körper angenommen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Gott ist ja ein perfekter Mensch geworden. Aber wenn wir zum Beispiel Muslime auf einmal argumentieren, sagen, ihr glaubt an einen Menschen. Weil die Muslime glauben nicht, dass Gott so Mensch wird. Und dann auf einmal, das ist für die unvorstellbar, dass Gott so Körperteile auf einmal hat. Aber wir denken nicht, dass ihr Gott so ein unvollkommenes Wesen ist, dass so ein Schienbein besitzt. Zwei rechte Hände, ein Fuß, ein Lächeln, Backenzähne, einen wolligen Kopf, ein kleiner Mann ist, der einen dicken Bauch hat und so. Also, wovon reden wir denn hier eigentlich? Die vergleichen also Gott in seiner Allmacht, der einen verherrlichten Körper angenommen hat und somit die Prophezeiung über ihn erfüllt hat, dass er stellvertretend für uns bezahlen wird. Und dann haben die auf einmal so ein unvollkommenes Lego-Baustein, das sie ihren Schöpfer nennen. Also, ich werde niemals so einem Gott glauben oder anbeten, was die da uns übermitteln. Irgendwer möchte hier hoch, ich sollte euch irgendwie Bescheid sagen. Irgendwer möchte hier hoch. Äh, war, ich hab's nicht mehr gesehen. Warte mal, ich hab hier so ein Muster, warte mal. Nee, der war's nicht, weil, glaub ich, irgendwas mit, auch mit einem Kreuzzeichen, da steht auch Jesus mit drin. Achso, Waris auch Jesus, glaub ich, aber ich nimm ihn dann auch. Ja, ich glaub auch. Ähm, ja, das Ding ist halt einfach, was ich mir jetzt immer halt denke, dadurch, dass er halt geschlechtslos ist, ähm, er war ja dann, also er war ja jetzt dieses Christus auf die Erde gekommen. Mhm. Deswegen ist er ja dann auch Gott so. Aber, warum sagt man dann, Jesus ist Gott, wenn Gott ja mit seinem, also mit ihm runterkommt? Also, das kann man, ich kann meine Frage nicht richtig formulieren. Ja, weil er in Ewigkeit schon bestanden hat. Ein Teil dieses Gottes, des dreieinigen Gottes, der Sohn wurde Mensch. Er hat aber nie aufgehört, Gott immer zu sein. Er hat sich nur einen fährlichen Körper angenommen, verstehst du? Ein Teil dieses dreieinigen Gottes, du darfst es nie außer Acht lassen. Gott, der Sohn, wurde Mensch. So ist das. Armin, ich hab eine Frage. Ja, was ist das auch? Ähm, ich hab das, ich war letztens in einem Live-Traum, da hab ich das auch gesagt. Da hab ich das auch gefragt, da hat man mir nicht wirklich eine Antwort gegeben. Warte mal, muss aber, muss aber. Ich hoffe, das ist eine theologische Frage und keine persönliche Frage, richtig? Theologisch natürlich. Okay. Und zwar sagt, also, ich sehe immer wieder, dass Christen schreiben, dass Jesus Gott ist, ne? Jesus ist Gott, kehrt zu Jesus zurück und so weiter. Ja. Äh, ich hab noch nie von irgendjemandem gehört, dass Jesus gesagt hat, in der Bibel selber, dass er Gott ist. Doch. Außer, außer, dass man mir gesagt hat, dass es im Kontext Jesus gemeint ist. Nein, nein, auf dem Bauch 21, 7 redet der Jesus Christus, ich bin euer Gott und ihr werdet meine Kinder sein. Willst du das selber nachschlagen? Ich brauch kein Ich, ich, zum Beispiel im Koran steht zum Beispiel, äh... Nein, 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 bleib jetzt bei der Bibel, geh nicht hier zu Koran. Du hast gesagt, wo sei Jesus, dass du mein Gott ist? Das ist ein Koran, das ausdrücklich eine dritte Person genannt wird. Im Koran steht auch, dass Jesus Christus Gott ist. Aber, warte kurz, aber in der Bibel steht das nicht, da gibt's nicht einmal, ich bin, ich bin, äh, ich bin Jeshua oder wie, äh... Okay, ganz los, ganz los, haben wir ganz los, ganz los, ähm, okay, wenn wir schon beim Koran sind, Musterfach, ne? Warte mal kurz, ich war, ich glaub nicht, über Koran gerecht, ich hab nur ein Beispiel genannt. Ne, du hast gerade den Koran zitiert, oder du hast gerade Koran erwähnt, obwohl wir beim Bibel waren, deswegen ich will mal kurz mit dir rein. Ja, genau. Ähm... Ja, aber, warte mal, ich hab was anderes gefragt. Ja, keine Sorge, du kannst gleich wieder fragen, keine Sorge, ich weiß, dass du jetzt zitterst, aber keine Sorge. Du glaubst ja, dass Jesus von einer jungen Frau geboren wurde, richtig? Ja. Und du glaubst auch, dass er der Messias ist, richtig? Ja. Okay, zeig mir mal aus dem Koran, wo Jesus sagt, er wurde von einer jungen Frau geboren und dass er der Messias ist. Boah, das steht im Koran, hundertprozentig. Ja, nein, das steht nicht. Wo Jesus, wo Jesus selber sagt, ich bin von einer jungen Frau geboren worden und ich bin der Messias, wo Jesus das selber sagt, zeig mir mal. Ja, aber das brauch ich gar nicht, weil Gott, weil unser Gott das sagt. Ach so, aber steht es in der Bibel, dass Gott sagt, dass Jesus sein Sohn ist, glaubst du daran? Das weiß ich nicht, also für mich ist die Bibel eh umgeändert, aber ich sag nur. Ja, jetzt auf einmal ist die Bibel umgeändert, aber wenn ich dir aus der Bibel Beweise bringe, siehst du, auf einmal ist die Bibel umgeändert, merkt ihr. Aber wenn ich ihm auf einmal Beweise bringe aus der Bibel, sagt er, die Bibel ist ungeändert. Richtig. Immer das Gleiche, siehst du hier, immer das Gleiche. Immer das Gleiche, die wollen gar keine Antworten, die wollen einfach nur sinnlos Zeit verschwenden, sinnlos. Ja, deswegen habe ich gesagt, deswegen mache ich das auch schon. Danke für deine Aufmerksamkeit, ich merke, wenn auf einmal Ignoranz kommt, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, richtig, richtig. Okay, Marie, jetzt können wir weitermachen. Ja, ich habe hier schon mal eine Frage gestellt, das wollte ich eigentlich nur wissen. Oh, okay. Aber guck mal, Marie, du sagst, guck mal, ich weiß, du hast viele Fragen und wir werden nicht in der Lage sein, alle deine Fragen zu beantworten. Selbst wenn wir das tun, du wirst nicht alles verstehen. Aber was wir dir sagen können, ist wirklich, dass du heute noch ins Gebet gehst, zu dem Herrn Jesus Christus betest und sagst, Herr Jesus Christus, offenbare dich mir, bete um Erkenntnis und bete, dass Gott sich dir offenbart. Und am besten such dir auch eine Gemeinde, die auch bibeltreu ist, damit du dort auch eine gesunde Lehre bekommst. Weißt du? Bist du in einer Gemeinde? Wie bitte? Entschuldigung. Bist du schon in einer Gemeinde, also eine Kirche? Ja, ich bin schon konfirmiert in alles. Nein, das war nicht die Frage. Also ja, ich bin, natürlich, wenn man konfirmiert ist, ist man automatisch in der Kirche. Gehst du sonntags zum Beispiel in eine Gemeinde, hast du eine feste Gemeinde, das meint er damit? Achso, ja. Ja. Okay. Hast du sonst noch eine Frage, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur das wissen eigentlich. Okay. Also was so eure Sicht ist, genau. Okay, ja. Weil ja so viele sich auch widersprechen, deswegen hat man das irgendwie nicht so. Okay, okay. Okay, danke, dass du da warst, ja? Ja, kein Problem. Danke. Deswegen, Marie. Ciao. Ja. Ciao. Bruder Mensa, wenn die Muslime sagen, ja, der Herr Jesus sagt doch in Johannes 17, 4, dass der Vater der allein wahre Gott ist, richtig? Ja, genau. Wenn also Jesus Christus nicht Gott ist, warum sagt der, ich und der Vater sind eins, wenn der Vater der wahrhaftige Gott ist? Richtig. Das ist eine Blasphemie zu behaupten, dass du sagst, ich und Gott sind eins. Wie kann Jesus Christus nicht dann Gott sein, wenn er nur ein Mensch wäre und sagt auf einmal, ich und der Vater sind eins. Das ist ein kranker Mann. Richtig, richtig. Und du hast ja gerade mitbekommen, die suchen nur das aus, was ihnen gefällt. Und alles andere ist verfälscht. Alles andere ist ja zufällig verfälscht. Genau die Versen, die irgendwie... Deswegen muss man die Geschwister hier, deswegen muss man den Geschwistern erklären, wenn die Muslime zu euch kommen und sagen, hier, hier, Jesus Christus sagt ja in Johannes 17, 4, dass sie dich, den allein wahren Gott kennen, der Vater ist also der allein wahre Gott. Wie kann es sein, dass Jesus Christus sich selber auch zu diesem Gott macht? Als er sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Ich fordere einen Muslim auf der Welt auf, um zu sagen, ich und Allah sind eins. Oder ein Prophet oder irgendwem. Zeig mir einen Muslim, der so eine Aussage tätigt. Richtig. Vor allem, Bruder, im nächsten Satz, im nächsten Satz sagt er, er hatte eine Ehre mit dem Vater, bevor die Welt begann. Also die Kreatur hatte die gleiche Ehre mit dem allein wahren Gott. Ja, genau so. Vater verherrliche, du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Siehst du? Richtig. Das lassen wir natürlich aus, diese Teufelsbraten. Also so krass. Und das habe ich damals gemerkt, als ich noch selber im Islam war und ich dann geschaut habe, wie meine ehemaligen Glaubensgeschwister dann argumentieren. Und ich dann gesehen habe, dass sie alles aus dem Kontext reißen und gar nicht weiter zitieren. Und ich dachte mir so, guck dir das doch mal an. Der Herr Jesus Christus spricht doch weiter und sagt, dass er präexistent war und mit Gott, dem Vater doch schon in Ewigkeit zusammen lebte. Warum, warum erwähnt ihr das nicht? Warum macht ihr sowas? Wollt ihr Verwirrung schiften? Wer ist denn in euch? Richtig, richtig. Ja, siehst du. Hallo, Wario. Gute Segen, wo es geht. Gute Segen, Gott sei Gott. Ich habe eine Frage an ein Ex-Muslim. Er hat vorher, er hat es trinitet, erbent und zwar, darf man den Heiligen Geist anbeten, ja oder nein? Es gibt keine gewisse Bibelstelle. Wo man den Heiligen Geist anbetet. Die Adresse, ich bekenne nur zwei Adressen der Anbetung. Das ist einmal der Vater und der Sohn. Aber es gibt natürlich, natürlich klar, es gibt natürlich Christen, die beten auch zum Heiligen Geist. Aber die Bibel errichtet sich nicht explizit. Wario, 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 lassen wir bitte antworten, wenn wir eine Frage stellen, dann kann man zu reden. Danke. Das ist der Heiligen Geist der Wahrheit, der in uns ist und der Zeugnis davon gibt, dass der Jesus Christus der Allmächtige Gott ist und du kannst ihn nur im Geist anbeten. So sieht es aus. Jemand, der den Geist Gottes nicht hat, der wird auch niemals erkennen, dass er Gott ist. Das sowieso, aber der Heilige Geist ist trotzdem Gott, weil er zu trinitiert gehört. Das heißt, man kann nicht anbeten, aber wenn du sagst, man kann nicht anbeten, dann widerspürst du die Bibel. Dann glaubst du mir an trinitiert, dann glaubst du nur an... Okay, dann zeig mir eine... Okay, ist doch kein Problem. Wir beten den Heiligen Geist an, dann bist du jetzt in der Pflicht, eine Stelle zu nennen, wo wir den Heiligen Geist anbeten sollen, oder? Der Heilige Geist ist Gott. Man muss nicht stehen, dass... Okay, aber du musst doch eine... Ich habe dir doch gesagt, die Bibel kennt die zwei Adressen der Anbetung. Einmal ist es der Vater und einmal ist es der Sohn. Wir kennen aber keine Bibelstelle in der gesamten Bibel, wo wir den Geist anbeten sollen. Du kannst mich aber eines Besseren belehren. Ich lasse mich ja gerne belehren, aber wenn, dann nur bitte mit Bibelstellen argumentieren. Ansonsten nicht. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Und wie gesagt, auch in Apostelgeschichte, Vers 5, Vers 4, schieben wir. Das weiß ich doch, dass es der Heilige Geist Gott ist. Ja, wenn Gott ist, dann kann man die Freunde beten. Das meine ich doch gerade zu dir. Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo wir aufgefordert werden, zum Heiligen Geist zu beten. Vielmehr zum Vater und dem Sohn. Weil der Heilige Geist, der in uns ist, den Vater und den Sohn verherrlicht. Beziehungsweise wer den Sohn ehrt, der hat den Vater. Also du willst mir sagen, wenn ich jetzt Heilige Geist anbeten würde, dann bin ich Gott. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt Christen weltweit, die beten auch zum Heiligen Geist. Aber wir haben keine gewisse Bibelstelle. Es ist Gott. Wario, wario, wario. Nicht dazwischenrede und abgesehen davon. Ich denke, das passt auch gerade nicht zum Thema. Ja, deswegen. Wir können ja gerne nächstes Mal darüber reden. Aber du hast eine Frage gestellt, er hat dir eine Antwort gegeben. Aber dann machst du immer wieder, immer wieder, weißt du, dann kommen wir ja nicht zum Schluss. Ja, genau. Weil der Heilige Geist Gott ist und deswegen kann man ihn anbeten. Okay, Heiliger Geist ist Gott, ja. Aber wir haben keinen bestimmten Auftrag oder bestimmte Bibelstelle, wo es heißt, ihr könnt zum Heiligen Geist beten. Wir beten aus dem Heiligen Geist heraus und an Jesus. Wir haben auch nicht ganz klar, Stelle, wo Christus gesagt hat, ich bete mich jetzt an. Okay, warum haben wir das nicht? Warum Jesus? Das ist, also, ist, äh... Was war das denn? War das ein Segmentierer oder was war das? Keine Ahnung, aber... Der Jesus Christus sagt, was ihr in meinem Namen erbittet, das werde ich euch geben. Wie kann er denn nicht, wie können wir den nicht anbeten, wenn er sagt, was ihr in meinem Namen erbittet, das werde ich euch geben, hä? Richtig. Jesus sagt, ich spätet mich an. Richtig. So, Mustafa, ich gebe dir jetzt eine zweite Chance. Warum hast du mich raus? Das war nicht cool. Ich erkläre dir, warum. Ich erkläre dir, warum. Weil du vorhin gesagt hast, du hast eine Frage, ne, und dann hast du später gesagt, dass du eh nicht dran glaubst, an was, das, was die Bibel sagt. Das heißt, egal, was wir dir antworten werden, du willst nur das annehmen, was dir passt. Richtig? Ne, ich, guck mal. Ja, das Ding war, ich glaube dran, dass die Bibel verfälscht wurde, aber nicht alles aus der Bibel verfälscht wurde. Aber deine Gelehrten sagen, die Bibel ist nicht verfälscht. Deine Gelehrten sagen, die Bibel ist nicht verfälscht. Soll ich dir das zeigen? Die Ursprungsbibel, die Injil ist nicht verfälscht. Nein, die Bibel zu je möglicher Zeit ist nicht verfälscht. Wir haben Abschriften aus dem ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, die mit unseren Bibeln übereinstimmen. Sogar nach dem Leben von Mohammed haben wir genau dieselbe Bibel, die wir heute haben. Wann wurde eine Bibel verfälscht? Ich habe jetzt keine zeitlichen Daten davon, aber wenn du sagst, erste, zweite, dritte Jahrhundert, das ist ja hundert Jahre, das ist ja einige Jahre nach Jesus. Also können die Leute geschrieben haben, was sie wollen eigentlich, ne? Okay, muss einfach. Dass die Leute ihr heiligen Geist bekommen haben und dann so die Bibel geschrieben haben. Die könnten ja, was weiß ich, alles reingeschrieben haben, oder nicht? Okay, muss einfach. Das heißt, alles, was du bis jetzt gebracht hast, war ein Mutmaßungen. Du hast gar keinen Fakt, du brauchst gar keine Quellen, gar nichts. Also warum bist du hier? Erzähl mal, warum bist du hier? Ich bin erstens hier, weil Amir erst mal ein richtiger, ich beleidige nicht, ein richtiger Fitnessstifter ist ohne Witz, Alter. Junge, von dem einen der Sohn ist gestorben und du sagst direkt, das war bestimmt ein Muslim, oder? Nein, ich hoffe nicht, war das ein Irak oder ein Syrer? Ich dachte, das wäre ein Muslim gewesen, weil man das nur darüber hört, dass die Leute da auf einmal rein stürmen und schießen und so. Ja, Junge, du kannst doch nicht, nur weil jetzt, guck mal, du kannst vielleicht gegen den Islam sein, ne? Alles schön und gut. Ist mir so scheißegal. Aber du kannst doch nicht immer denken, dass die Terroristen sind, Alter. Was ist los mit dir, Mann? Okay, okay. Ich weiß, du versuchst jetzt irgendwas zu picken, um darauf rumzuharten. Du hattest vorhin gesagt, du kommst, weil du eine Frage gestellt hast in seinem Stream, was ja nicht heute war. Und du hast angeblich keine Antwort bekommen. Was war die Frage? Dankeschön. Die Frage war sozusagen, wo sagt Jesus in der Bibel explizit, dass er angebildet werden sollte, dass er Gott ist? Das ist das, was ich wissen will. Und die sagen zu mir, dass man das nur aus Kontext erschließen kann. Die Bibel ist... Okay, wir haben verstanden. Meine Frage ist, wieso forderst du von uns eine explizite Aussage, wenn du selber keine explizite Aussage aus dem Koran liefern kannst? Ja, genau. Ja, aber der Koran ist jetzt nicht Thema. Der Koran sagt Gott nicht über sich selber. Aber es ist mir egal, was Jesus über sich selbst sagt im Koran. Okay, okay. Fragst du uns dann, was Jesus gesagt hat? Warum, wenn wir die Antworten akzeptieren, du es ja sowieso nicht? Was ist das für eine Aussage, dann brauchst du ganz schön zu bleiben. Warte, im Koran, im Koran steht, dass Gott Jesus fragt, am Tag der Auferstehung, sozusagen, dass Leute über euch sowas gesagt haben, dass du Gott seist oder so. Und er hat dann geantwortet, ich habe nur dir gefolgt, ich war nur ein Prophet. Ich habe jetzt nicht genau einen Vers im Kopf. Aber sowas wird er antworten. Das spricht Jesus selber im Koran. Okay. Jesus hat zum Beispiel im... Sura, sage ich schon. Im Johannes 5, Vers 18... Äh, arabische Bibel heißt auch Sura. Ah, okay, verstehe. Auf jeden Fall, Johannes 5, Vers 18, da hat Jesus die Aussage gemacht. Was sagt er denn da? Da hat er gesagt, dass er genau das tun kann, was Gott tun kann. Und er hat sich den Sohn Gottes genannt und hat sich damit Gott gleichgestellt. Steht im Johannes 5, Vers 18 bis 19. Mustafa, Mustafa. Ah, jetzt ist er auch stumm. Mustafa, du musst zurückkommen, nicht Kaffee trinken. Genau, jetzt. Achso, kannst du vielleicht ein Bild zeigen oder so? Ich wollte gerade den Vers. Mustafa, Mustafa. Ist das Wort von Allah ewig oder erschaffen? Was? Ist das Wort von Allah, sein Kalam, ist das schon in Ewigkeit mit ihm oder ist das erschaffen worden? Ja, ich weiß nicht, was für die Antworten soll. Jetzt, äh, Gott hat immer existiert und wenn Gott etwas sagt, sei es ist... Ist dieses Wort, wie hat Allah die Welt erschaffen? Sei und es ist... Ah, Kuhn, Feierkuhn, richtig? Genau. Also durch sein Wort. Genau, aber sein Wort ist nicht gleich Gott. Ach, sein Wort ist nicht gleich Gott, ist unabhängig dann von ihm, ne? Also, es ist nicht... Sein Wort ist unabhängig von ihm, ist nicht mit ihm, in Ewigkeit mit ihm, ne? Genau, wenn Jesus, wenn zum Beispiel Gott Jesus erschafft, ne, wenn er sagt, Kuhn, Feierkuhn, ne? Oder sei es die Welt, sei es das Universum, ist das Universum ungleich Gott. Okay, wo war denn Jesus Christus, als er Mensch wurde? Was? Gott hat in Maria erst mal drin, damit er geboren wird. Aber wo war denn dieses, dieses, äh, wo war denn dieser Isa vorher? Nicht existent. Nicht existent? Dein Koran sagt aber was anderes. In Suche 471 sagt er, dass Jesus Christus das Wort und das Geist von Allah ist. Wenn wir also fragen, wo war denn dieses Wort? Mit Gott in Ewigkeit. Wenn, wenn das nicht in Ewigkeit mit Gott ist, dann kann ja Gott nicht Gott sein. Weil, wenn wir uns das sagen, wo war denn das Universum, bevor Gott das gesagt hat? Gott hat alles erschaffen, ja, durch sein Wort, richtig, du hast es doch gerade zugegeben. Ja. Ja, also, und wenn also Allah sagt in Suche 471, dass Jesus das Wort ist, dann hat er alles durch Jesus erschaffen? Du hast den Vers, glaube ich, falsch gelesen. Ich habe, ich habe schon mal wieder Lückung von diesem Vers gesehen. Also, du hast doch gerade eben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Mustafar, hier, guck mal, was steht hier, Jesus, oder? Hallo, Mustafar? Ja, ja. Jesus, okay, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt. Wer ist sein Vater, weißt du das? Ja, Gott, euer Gott. Okay, das heißt, Jesus hat gesagt, Gott ist sein Vater, richtig? Mhm. Dankeschön. Und dann sagt er, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das heißt, Gott arbeitet und er auch arbeitet. Und dann sagt er, darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten. Warum? Weil er nicht allein den Sabbatierer, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so Gott gleich machte. Machte, so sieht es aus. Ja, aber zum Beispiel, ich bin ja mit meinem Vater gleich, wir sind eine Familie, aber ich bin doch nicht gleich mein Vater. Okay, meine Frage ist, gibt es einen Mensch, der sich mit Gott gleich machen kann? Nein, überhaupt nicht. Okay, aber Jesus hat sich auch mit Gott gleich gemacht, oder? Ja, ihr könnt ja sagen, dass Jesus Gott das Sohn ist. Ich habe eine ganz einfache Frage gestellt. Guck mal, das finde ich zum Beispiel sinnvoller, als zu sagen, dass Jesus Gott ist, weil dann finde ich das zum Beispiel sinnlos, dass Jesus sagt, ich bitte Gott an oder er ist mein Vater, aber er gleich nicht tanzen. Bitte nicht tanzen, bitte nicht tanzen. Ich habe eine direkte Frage gestellt. Du hast eine direkte Frage gestellt, ich habe direkt beantwortet. Und jetzt frage ich dich, ja. Jesus hat klipp und klar gesagt, Gott ist sein Vater, und da steht klipp und klar, dass er sich Gott gleich gemacht hat. Ich frage dich, gibt es einen Mensch, der Allah gleich ist, ja oder nein? Nein, gibt es nicht. Okay, wenn es keinen Mensch gibt, der Allah gleich ist, aber Jesus Gott gleich ist, glaubst du nicht, dass das bedeutet, dass Jesus die gleiche Natur und die gleiche Ehre und die gleichen Eigenschaften hat wie Gott? Nein, absolut nicht. Ja, warum nicht? Das ist unglaublich. Was? Weil keiner Gott gleich ist. Oh Mann, ey, okay. Okay, warte, muss da verhandeln, andersrum. Dein Gott Allah hat 99 Namen. Darf irgendein Prophet oder ein Geschöpf Gottes sich einer der 99 Namen Allahs geben? Fragen wir mal von dieser Seite aus. Weiß ich nicht. Sag nicht, weiß ich nicht. Also jemand kann sich einfach die Namen Allahs geben, kann er sagen, ich bin Al-Haq, Al-Hayat, ich bin Al-Baiz, ich bin Al-Nur und sowas. Das sind ja die Namen Allahs. Kann ich sagen, ich bin Al-Nur? Guck mal, ich bin kein Gelehrter oder so. Das hat doch nichts mit Gelehrter zu tun. Du musst doch vernünftig bleiben und sagen, keiner darf sich die Namen Allahs geben. Sonst könnte ja jeder Muslim sein Kind Al-Nur nennen. Das ist dieser Blasphemie. Richtig. Kann einer sein Kind das Licht nennen? Hey Al-Nur, komm hier, Al-Nur, komm hier, mein Schatz. Ich denke nicht. Ich denke nicht richtig, weil es Gottes Namen sind. Mustafa, wir machen es dir ganz einfach. Wir machen es dir ganz einfach, okay? Wir kommen jetzt dir entgegen. Gibt es irgendjemand laut islamischer Theologie, der sich als Allahs Sohn oder Allah als seinen Vater bezeichnen kann? Nee. Also guck mal, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube daran, dass die Bibel verfälscht wurde, aber nicht alles von der Bibel verfälscht wurde. Zum Wider. Die Gelehrten sagen, die Bibel ist nicht verfälscht. Wie kannst du sagen, dass die Bibel verfälscht ist? Bist du heftiger als die Gelehrten oder was? Guck mal, was hätte dann der Islam für einen Sinn, wenn dann die Bibel verfälscht wurde? Vorher genommen, ne, da das Gleiche gesagt hat und da hat er es ausführlich beschrieben. Warum hast du nur den genommen, der für dich am besten gepasst hat, ne? Okay, welcher denn bitte? Ihr F***. Okay, jetzt ist er wieder profite. Nein, 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 ja genau. Du kannst nicht rausgehen, wenn du rausgehst, dann hören wir dich nicht. 30 gesagt und bei 31 stand da, stand da, ein, der bereit ist, Krieg gegen Gott und den Gesandten zu führen. Warum hast du das nicht erwähnt? Was, in welcher Vers? Nicht rausgehen, du musst du sagen, weil es für F*** ist, was meinst du? Und dann stand da, ein, was ich möchte, dass du vernünftig wie ein erwachsener Mann mir sagst, suche das, sei Al-Bukhari, hadis, dies und vernünftig, nicht, du hast gerade eben irgendwas gesagt, was das? Du hast auch, du hast auch ein Mexikon im Kopf oder nicht, du weißt auch, was du für gesagt hast. Okay, aber trotzdem kann ich ja nicht nur ein, die du so was meinst du? Wie bitte was? Du irgendwas mit 30, 32 oder 30, 31 war es, aber das ist ein Buch. Ich habe gesagt, der Mohammed hat Kritiker umlegen lassen, weil sie ihn kritisiert haben. Und dann hat der Mohammed bin Maslama erlaubt zu lügen, um an Kabe bin Aschraf ranzukommen, um ihn hinterrücks den Nackentherapie mit ihm zu machen. Und da steht in Sahibu Hradi 30, 32, wenn du nicht in der Lage bist, mir zuzuhören und aufmerksam zuzuhören und dem Ganzen zu folgen, dann tut es mir für dich leid. Guck mal, ein, guck mal, ein Hadith vorher. Was hat denn ein Hadith vorher? Jeder Hadith spricht doch für sich selber. Nein, das stimmt nicht. Guck doch mal ein vorher. Guck mal ein vorher. Oh, Mann. Guck mal, ein Mustafari, ein Mustafari. Nein, der denkt, der denkt, die Hadith sind so wie der Koran, dass der so ein Kontext hat. Nein, das ist ja einfach ein Hadith gibt nur einmal, oder was? Ein Hadith gibt es einmal oder auch anders erzählt in einer anderen Geschichte. Ja, dann hast du den nicht richtig gelesen. Guck mal ein vorher. Mustafari, 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 Mustafari. Guck mal, ich sag dir ehrlich, wenn Islam wirklich nicht die Wahrheit sein sollte, dann sterbe ich als Ungläubiger. Ohne Witz. Du willst, du bist der Weg, Gott, nicht der Weg, Gott, nicht der Problem damit hat. Hundertprozentig. Ja, willst du für alle Ewigkeiten verloren gehen? Bist du Wahnsinn, oder was? Absolut. Wenn der Islam nicht die richtige Religion ist, dann kann ich die andere. Du denkst, die Hölle ist so ein Ort, wo du einfach so ein bisschen da sitzt und alles so ein bisschen dunkler ist. Was erzählst du da? Was denkst du da? Guck mal, das war eigentlich eine rhetorische Antwort, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Islam falsch sein kann. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wenn der Islam falsch wäre, dann kann nichts anderes als das Richtige sein. Okay. Ich sehe da keinen anderen Sinn, warum ein Mensch für meine Sünden sterben sollte. Okay. Wenn Gott doch selber vergebend ist. Mustafari, hörst du mich? Ich hör dich, ja. Danke, dass du da warst. So, an der Stelle müssen wir das Bären mit Ihnen, also das hat keinen Sinn mehr, mit Ihnen zu reden. Ja, man hätte es noch anhand eines Beispiels, dass der Allah nicht einfach so vergibt, weil sonst hätte er auch Adam-Eva einfach so vergeben. Das erwähnte auch mein Bruder immer sehr oft, dass die Muslime sich da Gedanken machen sollen, dass Gott nicht einfach mal vergeben kann. Richtig. Hallo, mein Lieber. Mahlzeit zusammen. Der Herr sah mit dir. Hi, Amir. Hi, Mensa. Hi, André. Ich bin ja öfters bei euch in den verschiedenen Streams. Ich bin Christ. Und ich lese ja öfters in den Streams, wenn die Moslems reinkommen, Jesus wäre ein Moslem gewesen, weil er gebetet hat wie ein Moslem. Das ist Blödsinn. Weil es steht nirgends wo, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, in welcher Gebetskörperhaltung wir zu Gott beten sollen. Es steht nirgends. Ja, das Problem ist auch, wenn die Muslime sagen, dass er wie ein Muslim gebetet hat, dann müssen die mir auch beweisen, dass er auch den Taschafut gemacht hat. Nö, hat er ja nicht. Er ist ja Jude, er ist ja Hebräer gewesen, das ist es ja. Als hätte der den Mohammed gepriesen und gelobt und geehrt. Du hast als Jude, er darfst ja heute auch nur im Sitzen beten, im Stehen, du darfst im Knien beten, du darfst sie auch überbeugen oder niederwerfen. Du darfst im Liegen, auf dem Rücken, auf dem Bauch beten. Und die einzigen, die wirklich andauernd dem vorgeschrieben wurde, wie sie zu beten haben, sind die Moslems und die Götzenanbeter. Die Alten, wie gesagt, die Baal angebetet haben, Moloch angebetet haben, Ra-Re angebetet haben. Denen ist vorgeschrieben worden, wie sie in welcher Körperhaltung sie zu beten haben. Und das ist nie im Judentum bzw. bei unseren alten Brüdern gewesen. Nie. Auch bei uns nicht. Christen. Ist nie das gewesen. Oder wie sie ja sagen, ja, Jesus hat ja einen Bart wie ein Moslem gehabt, vergessen aber, dass es damals schon schwierig war, sich zu rasieren. Ja, aber das sind doch keine Kriterien. Das sollen doch keine Kriterien für einen sein. Das steht ja auch manchmal in Streams. Sie sagen ja, Jesus ist auch ein Moslem, weil er einen Bart getragen hat. Das ist totaler Unsinn. Es ist so, wie wenn ich sage, wie gesagt, so wie wenn ich sage, jeder, der beschnitten ist, ist ein Jude, weil Juden sollten sich ja beschnitten. Ja, du kannst ja auch aus medizinischen Gründen. Du kannst ja auch aus medizinischen Gründen beschnitten sein. Keine Ziftung ist kein Problem. Ihr seid alle ja unnötig. Wie gesagt, das kann ja auch medizinische Gründe anbauen, warum du heute bist oder was. Ja, das ist es ja. Das kommt nur von Atomwissenschaftler, solche Argumentation. Ja, das ist Blödsinn. Wie gesagt, gut, Armin, ich weiß, dass du zum Beispiel Iraner bist. Ja. Ich kann das sagen auch, weil du trägst, wie gesagt, ein Bart wie auf den alten Reliefen. Wie die Asyra, Babyloner, die ist dann schon nachzuweisen. Dankbar. Andreas übrigens, Andreas Andreas, ich habe neulich gehört, es gibt spezifisch einen muslimischen Bart. Also das hat mir jemand gesagt, wie man meint, er hat einen muslimischen Bart und Jesus hat einen muslimischen Bart. Also das weiß man sich auch nicht, aber hier ist ein muslimische Bart. Der muslimische Bart. Warum höre ich mich zweimal doppelt, Mann? Ja, du bist bei dir so eine Rückkupplung. Ja, ich habe schon mein, ich habe ein Radio an, das Bluetooth, ich müsste natürlich, wir müssen mal ausschalten. Ja, musst du machen, weil wir hören dich mal schlecht. Also Entschuldung. Ich bin auch klar, ich habe zurzeit einen Moment. Ist da jemand am Braten, ey, ich krieg langsam Hunger, ey. Ja, man, ich auch, ey, ich wirklich, ich glaube. Wir machen noch zehn Minuten lang, ich gehe was essen. Ich mache hier, backe gerade Waffeln, meine Freundin will jedes Wochenende Waffeln haben. Wow, was für ein Gentleman. Ja, sie wird auch wahrscheinlich auch bald Christen. Ja. Sie wird auch bald Christen. Warte, hast du noch eine Frage? Ansonsten, dann... Nö, wie gesagt, wenn die wieder ankommen mal und die ließen, dass Jesus sich niedergeworfen hat. Das Einzige, wie gesagt, ist Blödsinn, weil, wie gesagt, im alten und neuen Testament steht keine Gebeteskörperhaltung vorgegeben. Wenn die so ankommen, zum Beispiel. Richtig. Okay, ja, Andreas, danke, dass du da warst. Gott segne dich, ja. Bitte sehr. Sei auch, der Herr, sei mit euch und allen, also hier. Amen. Ja, ich denke, wenn jetzt jemand noch Armin eine Frage stellen möchte, kannst du gerne schnell hochkommen, weil in zehn Minuten werde ich rausgehen. Ich weiß, wie lange Armin noch Zeit hat, zehn Minuten, oder? Ja, ich denke, ich mache jetzt auch gleich Feierabend. Ich gucke mal, dass ich mir meinen Bruder mal anrufe. Okay. Eben ist zurück. Mensa, danke, dass du mich hochholst. Ich musste vorhin raus, weil der Kleine geweint hat. Ja, ich habe eine Frage an Armin. Armin, ich würde dir gerne diese Dokumentation schicken von 1960. Ja, okay, klar, gerne. Wie, aber wie? Über Instagram oder was? Kann man da komplette Videos schicken? Nee, komplette Videos nicht, aber guck mal. Du kannst bei WeTransfer hochladen und dann einfach den Link schicken. Bei WeTransfer? Genau, WeTransfer hochladen. Okay. Dann bekommst du einen Link und den Link kannst du dann an mir schicken und dann kann er dort runterladen. Also, Armin, auf den Account, wo du mir mal geschrieben hast, dort schicke ich dir heute den Link, weil das musst du verwenden. Wie gesagt, das ist einmalig. Ja, okay, klar. Das ist ein absoluter Beweis, dass Sklaverei bei den Muslimen völlig normal war. Bis 1960, dass sie sogar an der Kaaba öffentliche Märkte hatten. Direkt an der Kaaba in Mekka. Völlig normal. So, was geht, Wario? Okay, ich gehe raus. Gottes Segen für euch. Danke. Ja, es geht, Wario. Wie laut. Boah. Ja, Mann. Ich wollte, ich wollte, ich will damit sagen, weil ich wurde einfach so rausgekickt und zwar natürlich Katius gesagt, dass man anbeten soll. Das habe ich nicht so gab. Ich wollte nur, nur sagen, ganz genau so wie die, so jetzt bietet mir sofort an. Er muss ja nicht sagen, weil Gott ist. Er wurde sofort angebetet, aber mit dem Heiligen Geist darf man, Wario, 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 Wario. Warte mal, wenn du irgendwo hoch bist, du musst gucken, ob das, was du sagst, zum Thema passt. Du kannst doch einfach irgendwas vor dich hinreden. Ja, ich wollte für die vorherige Thema. Oh, Mann. Warte mal kurz, was geht's denn um? Hallo? Hallo? Ja, jetzt hören wir dich. Mein Gottes Segen. Ich wollte den Wario erst mal ausreden lassen, dann sage ich was. Wario, Wario, Wario. Was das Ex-Muslim sagt, weil die Ehre gebührt nur allein Gott und Heiligen Geist ist Gottes und kann man ihn anbeten. Und sowas sollte man nicht verbreiten, weil es einfach Ehlehrer ist. Wenn ich... Oh, no, 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 no. Haben wir was anderes behauptet? Habe ich gesagt, dass der Heilige Geist nicht Gott ist? Ich habe gesagt, die Bibel kennt zwei Adressen der Anbetung. Was ist denn los mit dir, Mann? Boah, ich habe doch niemals in keinem einzigen Satz gesagt, dass der Heilige Geist nicht Gott wäre, Mann. Warum erzählst du sowas? Du sagst, man darf nicht zu ihm anbeten. So muss man... Ich sage die Bibel, ey, das ist doch nicht mehr normal. Gehörst du auch zu diesem Euro-Shisha-Tik-Tok-Muslim, oder was? Kannst du nicht tun? Das, 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 das ist so. Ich wollte nur ganz kurz was sagen, also auch an die Zuschauer, hier sind ja viele Muslime. Ich glaube, dass ihr alle Armin nicht mögt. Ich glaube, für Armin ist es auch kein Problem. Was er immer, was er immer wieder macht, ist, er gibt jedes Mal, wenn ihr was behauptet, Quellen an. So sieht's aus. Ihr müsst ihn nicht glauben. Guckt einfach, recherchiert einfach selber. Ich konnte ihn selber auch nicht glauben, als er diese Sachen von sich behauptet hat. Ich habe mich dann selber damit befasst und war selber schockiert, dass die Sachen, die er eingegeben hat, alle gestimmt haben. Alle. Diese ganzen Imame wie Pierre Vogel, Abu Barraam, wie die alle heißen, die verarschen euch von oben bis unten. Ja, die, ähm, die Gelehrten aus dem orientalischen Bereich, ja, die würden Armin sogar, die würden Armin sogar fragen, warum da hier kein Chech ist. Ja. Kommt zu mir, ich gebe euch mal im Unterricht, ey. Nein, er gibt ihm so einen Unterricht wie ich. Ja, alle Gelehrten aus dem orientalischen Bereich, ja, würden Armin zustimmen, was er hier, ähm, behauptet und predigt. Ja, natürlich, weil ich kein Blatt vor den Mund nehme und das wiedergebe wie Mohammed und die Sahaba das verstanden haben. So sieht's aus. Die meisten schämen sich dafür. Ja, aber das ist das Einzige. Und wünschen sich, dass sie das ausradieren könnten aus den islamischen Schriften. Das ist das. Ja, ich hoffe, dass, also ich weiß, dass einige Muslime zuschauen. Ich hoffe, dass sich das irgendjemand auch zu Herzen nimmt und nach der Wahl zu. Ja, ich wünsche euch Gottes Segen. Gottes Segen, Salon. Hast du sehr gut gesagt. Gott segne dich. Hallo, Johnny. Ich kann schon auch Gottes Segen. Gottes Segen. Könnt ihr mich hören? Gut? Ja. Ja, ich wollte eigentlich zu den einen gerade was sagen, aber der ist ja jetzt raus, dieser Vario oder wie heißt? Ja, nee, der wollte einfach meine Worte verdreht. Einfach die ganze Worte verdreht. Ich habe niemals gesagt, dass der Heilige Geist nicht Gott ist. Ich glaube an den drei einigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jeder von Ihnen ist der wahrhaftige Gott. Genau, ich habe es zugehört. Also, ich glaube auch an unseren Herrn Jesus Christus und ich glaube auch, dass alle drei eins sind. Ganz klar. Also, Jesus ist Gott. Und ich stelle mir gar nicht die Frage, wem bete ich an, sondern ich bete meinen Herrn Jesus Christus an, weil er Gott ist. Da brauche ich nicht nachzudenken, ob er fein ist. Sie sind alle drei eins. Richtig. Also, als Christ, wenn ich daran glaube, dass es eine Trinität ist, alle drei eins, dann stelle ich mir gar nicht die Frage, wem bete ich von die drei an. Ja, Bruder, auf jeden Fall, danke, dass du da warst. Also, ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest. Nee, ich wollte ihn eigentlich mal darauf antworten, dass er das vielleicht besser versteht, aber der... Nee, der wollte ja gar nicht zuhören. Also, der hat sich, der ist zwar Christus, aber der hatte so die Einreisung wie ein Muslim. Der kam hoch, er sagt was, aber er will nicht zuhören. Nee, ich meine, Amir hat ja seine Position vertreten. Nee, und ich habe das Gefühl, dass Wario einfach nicht zugehört hat und einfach etwas gesagt hat, was Amir eh nicht behauptet hat, weißt du? So sieht es aus, ganz klar. Das Zugehört fällt ihm meistens schwer, ne? Ich war gestern im Live drin, wo dieser Denknach war, wo du reinkamst, wo der mit deinem Bruder gesprochen hat. Ja. Das war ja Wahnsinn. Ja, ich musste kurz mal aufräumen und dann habe ich den Schönen da hingeschickt, wo sein Prophet auch ist und sein Gott. Ja, weil mit so einem muss, kannst du gar nicht anders umgehen. Ich habe den schon so oft zugehört und der ist ein richtiger Manipulator. So sieht es aus. Er war nur drin, um gewisse Fragen zu stellen, damit die Leute so ein bisschen wackeln und dementsprechend sich dann sagen so, ja, stimmt. Und das ist ja so, aber mein Bruder hat ihm sehr gut geantwortet. Der hat das schon alles verstanden, aber er wollte es nicht wahrhaben und wollte weiterhin oben bleiben, damit er weiterhin diese Fragen stellt. Aber sobald man ihm auf seine Religion die gleichen Fragen stellt und dann weichte total aus und sagt, jetzt aber jetzt wollen wir aber erstmal darüber und dies und ne? Ja, dein Bruder hat das ja auch bewusst gemacht. Der wollte ja bei dir bei der Bibel bleiben. Ja. Der hat das ja bewusst gemacht, aber ich konnte es mir auch nicht mehr mit anderen. Also wo du reinkamst, das war super. Und er macht immer die gleichen, immer die gleiche Masche. Der kommt hoch und er will, dass alle anderen runtergeschickt werden. Genau. Nur er, der ist wirklich ein Narzisst, der irgendwie auf mich kommen kann. Ja, das ist auch so. Das ist auch so. Das ist auch so. Das ist auch so. Der, der live ist und ihn hochholt, der macht das auch noch, was er sagt, weil er das immer dahin kriegt. Er kriegt das immer so hin, dass es so läuft, wie er es will. Also meinstens. Genau. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe mal eine Frage. Hi. Hast du vielleicht ein Mikrofon oder so? Man hört sich voll schlecht. Ja. Kannst du das vielleicht rausnehmen, damit man nicht besser versteht, wenn es geht? Hallo? Nee, immer noch irgendwie komisch. Ja, keine Ahnung. Aber reden wir jetzt nochmal. Reden wir nochmal. Hallo? Ja, jetzt ist besser, ja. Ich hatte meine Frage und zwar in der Bibel steht ja, dass wenn man betet, als Frau, man einen Kopftuch oder einen Tuch um den Kopf machen muss. Ist das denn immer noch so oder hat sich das mit dem Neuen Testament geändert? Na, das war ja im Neuen Testament, oder? Genau so sieht es aus. Korintherbrief. Okay. Sobald du Weih sagst oder Gott anbetest, solltest du dein Haupt bedecken. Das ist so. Ja. Gott möchte das so. Okay, also das heißt, wenn man als Frau betet, in der Kirche oder in der Gemeinde, sollte man das tun? Auch zu Hause. Wenn du betest, zu Hause betest, bedecke dein Haupt. Ah, okay. Ja gut, das war meine Frage. Weil ich bete zwar, aber dann habe ich die Bibel gelesen, weiter und dann stand das da und jetzt wusste ich nicht, war das jetzt die ganze Zeit falsch, oder? Das ist aus dem Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, Kapitel 11 müsste es sein, genau. Hier schreibt es schon niemand, ja, sehr gut. Der erste Korinther, Kapitel 11. Okay. Das heißt, wenn man betet, soll man sein Haupt bedecken. Genau, der Herr sagt durch den Apostel Paulus und der Leitung des Heiligen Geistes, dass die Frauen, wenn sie weiss sagen oder beten, ihr Haupt bedecken sollen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, das war nur meine Frage. Danke. Alles klar, Gott segne dich und deine Familie. Euch auch. Mach's gut. So, ja, ich denke, jetzt ist es perfekt zu beenden, genau. Ja, Bruder Abi. Danke für deine wundervolle Dienst, ne? Möge der Herr dich segnen, wenn sie an Gott sei, halte Stand und bis zum Ende aushallern, ne? Auch wenn es manchmal schwierig ist. Amen, Bruder, Amen. Oder das Gleiche kann ich hier wirklich wieder zurückgeben. Ja, Respekt an dich, Bruder, deine Arbeit. Du weißt selber, ja, du bist eine Nation, ne? Du bist ein Vorbild für uns alle. Ja, wir wissen, dass der Jesus ist. Jesus ist unser Vorbild. Amen, Amen. Aber ich meine, für den Fakt, dass du dich zur Verfügung stellst, weißt du, das, 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 das motiviert uns auch, ebenfalls uns, äh, nutzen zu lassen, oder? Amen, Amen. Ich wünsche euch auch Gottes Segen. Gottes Segen, ja? Okay, ihr lieben, Gott segne euch, ihr lieben. Macht's gut, ihr wundervollen. Haltt nach meinem Jesus fest. Nicht vergessen, keine Religion, Jesus allein. Amen, Amen. Ciao, Leute, ciao. Dankeschön für alle. Ciao. Ciao. Ja, Leute, das war wieder ein sehr, sehr gesegneter Stream. Ähm, ich werde den ganzen Stream auf YouTube posten, also falls ihr Interesse habt, ne? Ihr könnt einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren, ne? Ihr findet es in meinem Profil. Ihr geht auf mein Profil, da ist so ein Instagram-Button. Wenn ihr draufklickt, werdet ihr auf YouTube weitergeleitet. Ich werde den Stream, denke ich, heute Abend oder morgen spätestens hochladen, damit ihr nochmal in Ruhe gucken könnt, ja, weil da waren sehr, sehr viele wichtige Sachen dabei. Ja, genau, jemand, genau, Missdauer kann gerne posten. Ihr könnt alle gerne posten, wie ihr wollt. Oh, sorry, ich habe gerade irgendwas weggemacht. Aber genau, Gott segne euch alle, alle hier drinnen. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Und Jesus Christus liebt euch. Jesus ist wahrhaftig der Sohn Gottes, ja, der Sohn Gottes, der gekreuzigt wurde. Warum? Ja, er ist für uns eingetreten, ja, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Wir sind mit ihm in seinem Tod vereint worden. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Das heißt, wir sind mit ihm auch in seiner Auferstehung vereint worden. Ja, und das bedeutet, wenn er zurückkommt, wenn wir alle verherrlicht werden. Ja, seine Auferstehung war ein Beweis, dass Gott sein Opfer akzeptiert hat. Die Bibel sagt, er sitzt zu Rechten Gottes, ja, und regiert. Ja, er regiert und wird weiterhin regieren, bis Gott all seine Feinde unter seine Füße gepackt hat. Und wenn das vorbei ist, dann wird er zurückkommen und er wird seine Gemeinde zu sich holen. Und die Bibel sagt, der letzte Feind, der noch beseitigt wird, ist der Tod selbst. Der Tod wird für immer beseitigt werden. Wir werden in Gottes Gegenwart eintreten. Wir werden für alle Ewigkeit Gottes Präsenz genießen. Ja, wir werden für alle Ewigkeit Frieden haben, Freude haben. Ja, ewiges Leben haben. Ja, es geht nicht um Huris im Paradies. Es geht nicht um Sex im Paradies. Ja, es geht auch nicht um Gelüste und alles drum und dran im Paradies. Nee, sondern es geht einzig und allein um Gott. Denn er ist die Quelle des Lebens und das ist der Grund, warum wir auch ewiges Leben haben werden. Ja, deswegen bitte, wenn du Jesus nicht kennst, die Bibel sagt, heute noch, wenn du seine Stimme hörst, dann verschließe nicht dein Herz, verstocke nicht dein Herz. Du musst nicht mir glauben, du musst nicht a mir glauben, du musst nicht Christen glauben. Prüf einfach selber nach, lies einfach selber die Bibel und du wirst feststellen, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um dich zu retten. In dem Sinne beende ich den Stream und wünsche euch alle Gottes Segen. Passt auf euch auf und ja, bis dann, Leute. Ciao, ciao.